Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der Heinrich-Böll-Stiftung heute Abend. Sie, liebes Publikum, hier im Saal und auch die uns im Livestream zugeschalteten. Es ist schön, dass so viele den Weg zu uns ins Haus gefunden haben, trotz Hitze, neuer Corona-Welle, anderer Widrigkeiten. Es ist toll, dass der Saal so voll ist und wir uns mal wieder leibhaftig begegnen bei Veranstaltungen und nicht nur virtuell. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Kirsten Krampe. Ich leite hier im Haus die Afrika-Abteilung. Es ist uns eine sehr große Freude, Charlotte, das neu erschienene Werk von dir vorzustellen, den Schmerz der anderen begreifen, Holocaust und Weltgedächtnis. Das Buch ist kaum erschienen, schon viel beachtet, diskutiert und vor allem gewürdigt, nicht zuletzt bei der Zeit Sachbuch-Bestenliste und den zahlreichen Rezensionen. Es geht um die Suche nach Wegen, Erinnerungskultur im Geist globaler Gerechtigkeit neu zu denken. Und es verbinden sich zwei sehr persönliche Anliegen der Autorin, Sensibilität und Verantwortung für die Schoah zu bewahren und einseitig europäisches Geschichtsbewusstsein, Geschichtsgedenken zu überwinden. Charlotte Wiedemann streitet wortreich für eine Erinnerungskultur, in der es keine Hierarchie von Leiterfahrung gibt. Dieses Plädoyer kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen reden, ist mehr als ein Hashtag. Notwendiger Appell in einer Zeit, in der schnelle Urteile, Denk- und Sprechverbote allgegenwärtig sind. Mit Charlotte Wiedemann reden über die Themen des Buchs und der Zeit wird Renéa Guiger vom Deutschlandfunk auch. Dich begrüße ich sehr, sehr herzlich heute Abend hier. Es wird dann eine Diskussionsrunde mit Ihnen im Publikum geben und auch im Livestream. Können Sie Kommentare und Fragen stellen und meine Kollegin Maria Kind wird die gegebenenfalls später aufrufen. Das Buch kaufen können Sie natürlich auch. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Buchstand von dem bedeutenden Buchladen Interkontinental hier draußen haben. Scheuen Sie sich nicht, das Buch mitzunehmen und auch andere Bücher, auch von Renéa Guiger und anderen Autoren. Last but not least möchte ich dem Verlagsverband Ulstein danken für die Unterstützung. Auch Ihnen ein sehr herzliches Willkommen. So, genug begrüßt. Wir sind sehr, sehr gespannt und ich bitte euch, René und Charlotte, zu mir auf die Bühne und René, ich übergebe an dich. Danke dir. Funktioniert dieses Mikro? Es funktioniert zu gut. Aber das heißt, man kann was hören. Das ist gut. Herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Also ich hoffe, dass das jetzt mit den Rückkopplungen, bitte, mit den Rückkopplungen irgendwann endet und dass ich gut zu verstehen bin, hoffe ich. Ich darf ebenfalls willkommen sagen, ich bin sehr vorfreudig, sehr gespannt auf das Gespräch. Wir sprechen eine gute Stunde miteinander und öffnen es dann zum Publikum. Ich würde gerne eingangs versuchen zu erklären, meine Vorfreude und Gespanntheit. Die hat damit zu tun, dass einige Debatten, die ich so verfolge, politisch-kulturelle Debatten, ich gelegentlich im Augenblick das Gefühl habe, dass es die schärfsten Gegensätze ausgerechnet dort gibt, wo eigentlich auch Zusammenarbeit denkbar sein könnte oder vielleicht sogar angezeigt sein müsste. Zum Beispiel, wenn es heißt, entweder Kampf gegen Antisemitismus oder Kampf gegen Rassismus. Wenn es heißt, entweder Holocaust-Studies oder Post-Colonial-Studies. Wenn es heißt, entweder Erinnerung an den Mord der europäischen Juden oder Erinnerung an den Kolonialismus. All diese genannten Großbegriffe sind selbstverständlich, bezeichnen selbstverständlich unterschiedliche Phänomene. Aber der Anschein von jeweils Gegensätzen, der kann mich gelegentlich irritieren. Manche Debatten um die Dokumenta im Augenblick aktuell sind dafür heftige Beispiele, aber eben auch nur Beispiele in einer langen Reihe. Jetzt gibt es hier ein Buch, also hier ist das jetzt ohne Umschlag, aber es ist das Buch, genau, dieses Buch. Von dem Micha Brumlik schreibt, der große Erziehungswissenschaftler und Intellektuelle. Es könne ihm, also dem Buch, gelingen, die festgefahrenen Fronten wieder aufzulockern, vor wenigen Tagen in der Frankfurter Rundschau. Ich finde, das ist eine sehr ermutigende Einschätzung und möchte mich dieser Hoffnung anschließen. Den Schmerz der anderen begreifen Holocaust und Weltgedächtnis ist der Titel. Ich bin überzeugt davon, dass es im Publikum einige Menschen gibt, die Charlotte Wiedemann viel länger kennen und viel besser als ich. Ich möchte trotzdem ganz wenige kurze Sätze sagen, um dich vorzustellen. Geboren ganz im Westen Westdeutschlands in Mönchengladbach, als die Bundesrepublik noch im Kleinkindalter war. Studiert Sozialpädagogik, Soziologie, Politologie im Göttingen der 70er Jahre vermutlich. Also denke ich mir so. Sie ist Journalistin, Reporterin, Korrespondentin gewesen. Zunächst an verschiedenen entscheidenden deutschen Stellen, Bonn, Berlin, Hamburg. Und interessant ist auch, dass recht bald es ins Ausland ging. Auf verschiedenste Korrespondentenstellen, manchmal auch nur zu Recherchereisen. Und Charlotte Wiedemanns Website ist zu entnehmen, dass es insgesamt mindestens 30 außereuropäische Länder gewesen sind, wo sie mindestens Recherchereisen hingemacht hat. Und wie gesagt, eben aber auch einige Länder, wo sie länger gelebt hat. Es wäre vollkommen, also nicht zweckdienlich, die jetzt aufzuzählen oder so. Aber ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass das so ist. Denn es hat zu tun mit diesem Buch. Das kann man vielleicht im Wort Weltgedächtnis schon ablesen. Und dieses Buch zehrt, würde ich sagen, von dieser Welterfahrung. Ein Kennzeichen dieses Buches möchte ich vorweg schicken, bevor ich dann hoffe, dass wir ins Gespräch miteinander kommen. Nämlich, dass das Gespräch sowohl von den Techniken der Reporterin zehrt, also Beobachtung, Anschauung, als auch, dass das Buch zugleich auch Fragen stellt und nachdenkt. Also das ist so eine, wie ich finde, sehr glückliche Verbindung dieser beiden unterschiedlichen Techniken. Und vielleicht würde ich einfach wirklich mit der nächstliegenden Frage überhaupt anfangen. Nämlich, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dieses Buch so zu schreiben oder diese Frage sich so zu stellen? Nachbüchern über zuletzt Mali, Iran und den langen Abschied von der Dominanz des weißen Denkens. Jetzt sich dieser erinnerungspolitischen Konstellation zu widmen, die anspruchsvoll ist, aber brennend, brenzlig. Also wie ist es dazu gekommen? Gab es da einen besonderen Anlass? Naja, ich meine, René, du kennst ja auch die ganzen Debatten, die es gegeben hat in den letzten Jahren. Und tatsächlich hat es bei mir eigentlich angefangen mit dem Nachdenken bereits 2016, als Navid Kermani von seinem Besuch in Auschwitz erzählte und dass er dort sich sozusagen richtig deutsch gefühlt hätte. Und ich habe dann gedacht, naja, das kann das ja irgendwie nicht so ganz sein. Das ist ja eigentlich kein wirkliches Angebot an die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, dass sozusagen ihr Deutschsein sich dann in der Erschütterung sozusagen beweist, wenn sie in Auschwitz sind. Da muss es dann noch etwas anderes geben an einer Kombination von verschiedenen Erinnerungen, die in der Migrationsgesellschaft zusammenkommen. Das ist ein unwahrscheinlicher Fall, dass es jemanden gibt, der Navid Kermani nicht kennt. Der hat sowohl Kölner oder Siegener als auch iranische Hintergründe. Er ist in Deutschland geboren. Seine Eltern sind beide Iraner, Iranerinnen. Also ich schätze ihn sehr, aber da habe ich dann eigentlich so einen Pappfolder angelegt, wo drauf stand, die Zukunft der Erinnerung. Das war dann so der Beginn eigentlich. Ja, dann kamen ja einige Debatten. Dann kam als nächstes, glaube ich, die Kontroverse um diesen Göttinger Friedenspreis für die Gruppe Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in der Ost. Ich muss gerade nochmal gucken. Ja, genau. Die für mich so das Thema der jüdischen Meinungsfreiheit aufwarf. Dann kam natürlich die bekannte Debatte um Atschelen Bembe, den kamerunischen Philosophen, wo das Thema aufgegriffen wurde, wer kann eigentlich berechtigterweise in Deutschland an einer Debatte über die Shoah teilnehmen. Da kam das Stichwort Außenseiter auf, Außenseiter, die sozusagen eindringen in die Debatte. Dann kam das Buch von Michael Rothberg, Multidirektionale Erinnerungen und die Aufregung darüber in einem Teil des Verhütungs. Das Buch selber war da schon zwölf Jahre alt, eigentlich vom englischen Original her gesehen. Ich sollte mich vielleicht besser ein bisschen so umsetzen. Also ich muss sagen, dass eigentlich die ganze Zeit über, würde ich noch sagen, ich fühlte mich eigentlich so auf einer Seite, also auf der Seite derjenigen, die fordern, dass sich die Erinnerungskultur öffnet, dass man mehr koloniale Verbrechen und so weiter einbezieht. Und dann kam die Intervention des australischen Genozidforschers Dirk Moses mit dem Stichwort Katechismus als Bezeichnung der deutschen staatlichen Erinnerungskultur. Und da habe ich innerlich rebelliert, weil ich dachte, die Erinnerungskultur ist hier eigentlich doch eine Geschichte von Kämpfen, also gegen Täterschutz und alles, was es zunächst in den ersten Jahrzehnten gab, bis hin dann dazu, dass eben sozusagen eigentlich Gruppe für Gruppe, Obdeserteure und so weiter, alles wurde eigentlich erkämpft. Und das Katechismus zu nennen, gefiel mir nicht. Und ab da hat es eigentlich den Wunsch gegeben, eine andere Herangehensweise zu entwickeln. Also eine Herangehensweise, zu der ich in der Lage bin. Ich bin keine Historikerin, ich bin keine Genozidforscherin, wo ich die Stärken, die ich habe, irgendwie einbringen kann, aber anderes, was ich nicht habe, auch nicht vorgebe zu haben. Also eben keine historischen Theorien aufstelle zum Beispiel. Und wo vor allen Dingen ein anderer Ton angeschlagen wird. Denn ich muss sagen, mir ging das dann irgendwann doch sehr über die Hutschnur, in welcher kalten und sich selbst bespiegelnden Weise über verschiedene Opfergruppen gesprochen wurde. Und ich dachte, wem soll das was nützen? Es geht nur ums Rechthaben. In jeder dieser Debatten? Also hast du jede dieser Debatten als so rechthaberisch empfunden? Nein, aber ich glaube, es gab so eine ansteigende Tendenz. Es gab eine ansteigende Tendenz und sich auch verhaken gegeneinander. Und das ist eben auch mit immer längeren Feuilleton-Beiträgen als Schlacht ausgetragen wurde. Und es hat mich auch zunehmend weniger interessiert. Obwohl es eigentlich um so viel geht, hat mich diese Art von Debatte dann zunehmend weniger interessiert. Und lag dann auch gleich nah, du sagst gerade, die Stärken einbringen, die du selber hast, lag dir dann gleich nah, dass und wie man das auch mit Reportage-Elementen umsetzen kann, dieses Thema? Eigentlich ja, denn es knüpft ja schon auch ein bisschen an, an anderes, was ich vorher geschrieben habe. Nur, dass vielleicht der Teil der Reflexion irgendwie mehr ausgebaut ist im Verhältnis zu anderen. Und, aber ich muss sagen, es war eigentlich erst, diejenigen aus dem Verlag, die hier sind, wissen das, der Untertitel, der hieß zunächst Erinnerung und Solidarität. Also es war irgendwie leiser, kleiner. Und ich muss auch sagen, ich hätte mir von Anfang an diesen Untertitel, den es jetzt hat, Holocaust und Weltgedächtnis, hätte ich mir nicht zugetraut. Der hätte mich irgendwie erschlagen. Also ich habe mich schon so, na ja, hatte auch irgendwie einige Albträume über dem Buch und so was, so Überforderungsträume. Aber erst als ich quasi die Hälfte geschrieben hatte, war es so, dass ich dann dem Verlag vorgeschlagen habe, lass uns doch diesen anderen Untertitel nehmen. Also der dann auch mein, vielleicht mein wachsendes Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringt. Zu den Wegen, die zu dem Buch geführt haben, mögen ja vielleicht auch nicht nur die Reisen oder so gezählt haben, sondern überhaupt deine Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und mit NS-Verbrechen. Also wie weit gehen die zurück in deiner Arbeit? Ja, in meiner Arbeit würde ich sagen, bis zu der Zeit, wo ich in Bonn Korrespondentin war. Aber in meinem Bewusstsein gehen sie quasi bis in die Jugendzeit zurück. Also als ich erstmals mir darüber Gedanken machte, dass eben die Zeit zwischen dem Ende des Nationalsozialismus und meiner eigenen Geburt relativ kurz war, nämlich neun Jahre. Und es hat mich als ein großer Schock getroffen. Und dann natürlich das, was sehr viele meines Alters kennen, eben, dass die Eltern nicht reden wollen, dass man dann anfängt zu rebellieren gegen die Eltern, weil sie eben nicht reden wollen und das Ganze in der Arbeit. Aber war es eigentlich nie ein Schwerpunkt in dem Sinne. Aber ich habe immer wieder zu Themen wie Entschädigung zum Beispiel auch dann in den frühen 90er-Jahren gearbeitet. War damals zum Beispiel auch in Lettland. Und ich bin dann im letzten Jahr, bin ich dann durch die drei baltischen Länder gefahren, um dort Erinnerungskultur zu recherchieren. Ich hätte vielleicht auch in die Ukraine fahren können, aber im Baltikum war letztendlich eine vergleichbare Konstellation schon da, nämlich, dass die stalinistischen Opfer viel eher zum Nationalen, zum Eigenen gerechnet werden und die jüdischen Opfer nicht. Oder sehr wenig. Ich finde das letztlich so ein bisschen stark herausfordernd zu beschreiben, wie dieses Buch funktioniert. Also dass es sowohl Reisen nach Mali, nach Treblinka, in die baltischen Staaten und an viele andere Orte gibt und die zumindest auch verarbeitet werden. Es kann sein, dass einige dieser Reisen schon ein bisschen zurückliegen. Das weiß ich gar nicht. Aber vielleicht können wir tatsächlich kurz mal ein bisschen was hören aus dem Buch, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie du da vorgehst. Gerne. Also ich habe heute Nachmittag irgendwie mit steigender Verwirrung daran gesessen, jetzt irgendwie etwas für Lesestellen zusammenzustellen, weil ich jetzt heute auch zum ersten Mal lese. Ich hatte einige Radiogespräche, aber ich lese zum ersten Mal. Und wollte eigentlich auch dann so verschiedene Länder in so Kurzpräsentationen reinbringen und habe dann aber irgendwann gedacht, das ist alles zu viel. Jetzt ist es, wie es ist. Und wir schauen mal. Also ich lese so etwa zehn Minuten, ja. Aber verschiedene Stücke. Also verschiedene Kleinstücke, wie man hier sieht. Ein Foto von schwarzen Soldaten in einem schneebedeckten Schützengraben sah ich zum ersten Mal in einem Lehmgehöft in Mali, umgeben von staubiger Hitze, pickenden Hühnern und der gleichmütigen Klangkulisse heranwehender Küchengeräusche. Ich habe vergessen, wer mir das Bild damals zeigte. Es hatte jedenfalls einen Bezug zur Familie, in deren Gehöft ich mich aufhielt. Aber ich erinnere mich mit aller Deutlichkeit, dass es mir in der ebenso festen wie irrigen Annahme präsentiert wurde, ich wisse ja wohl, worum es hier geht. Afrikanische Soldaten hatten gegen das nationalsozialistische Deutschland gekämpft. Ich wusste es nicht. Wir Deutschen glauben gern, alles über den Zweiten Weltkrieg zu wissen. Befanden wir uns doch in seinem Zentrum, unser Krieg. Womöglich verstellt genau das den Blick, unser Selbstbild in diesem Geschehen zentral zu sein und jenseits der unbezweifelbaren Täterschaft im Angriffskrieg auch die Autorität der Perspektive inne zu haben, der Deutung. Welche Perspektive mochten die beiden Männer gehabt haben, die mich auf dem Foto anblickten, ihre dunklen jungen Gesichter unterm Helm in irritierendem, bestürzendem Kontrast zur weißen Eiseskälte, die sie umgab? Niemand kann für sie antworten. Aber wenn wir die Frage im Sinn behalten, kann sie helfen, ein politisches und menschliches Panorama größerer Komplexität zu erahnen. Für das Nachdenken über die Verwobenheiten von Nationalsozialismus, Kolonialismus und Vorstellungen von Freiheit sind die afrikanischen Soldaten im Dienste Frankreichs von besonderem Interesse, denn ohne sie hätte sich Frankreich kaum zu den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs zählen können, mit allen Folgen. Womöglich können wir es heute nachvollziehen, wie innerlich zerrissen viele Afrikaner waren, als sie an der Seite einer noch tief im Rassismus befangenen Kolonialmacht ihr Leben gegen Nazi-Deutschland riskierten und oftmals auch verloren. Black Lives Matter, das hat sich als uneingelöste Forderung bereits in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eingeschrieben. Schwarze Leben zelten wenig und deshalb können wir die vergessenen Befreier je nach Blickwinkel ebenso als Helden wie als tragisch Irrende betrachten. Ich gehe jetzt auch aus aktuellem Anlass ein bisschen nach Indonesien. 1947, als in Amsterdam die erste Ausgabe des Tagebuchs von Anne Frank erschien, nahmen niederländische Soldaten in der Kolonie den Kindern ganzer Dörfer die Väter. An einem Dezembermorgen jenes Jahres erschien im Dorf Ravagede auf Java eine Einheit, die nach einem bekannten Unabhängigkeitskämpfer fahndete. Es war die Zeit des Befreiungskriegs von der kolonialen Herrschaft. Als die Männer des Dorfes, sie waren Reisbauern, auf die Fragen der Soldaten keine Antwort gaben, sei es aus Solidarität mit dem Gesuchten oder weil sie sein Versteck nicht kannten, wurde ihnen befohlen, sich in Reihen aufzustellen. Es waren mehrere hundert Männer und sie wurden allesamt erschossen. Eine junge Witwe berichtete später, wie Ehefrauen, Mütter und gebrechliche Alte, die der Exekution entgangen waren, aus den Leichenbergen ihre Liebsten hervorzogen und sie begruben. Die Kinder des Dorfes waren Zeugen von all dem, trugen die traumatischen Bilder mit sich für den Rest des Lebens. Es verging mehr als ein halbes Jahrhundert und dann entschlossen sich neun Witwen in hohem Alter, um die 90 herum, aus diesem Dorf zur Klage in Den Haag. Wieder verging Zeit und dann erschien eines Tages erneut in einem Dezember der örtliche Botschafter in Ravagedeh und entschuldigte sich für die Tragödie, wie er es formulierte. Ein Gerichtsurteil hatte die Regierung zu dieser Geste gezwungen und weil es ein Akt der Pflicht nicht der Überzeugung war, wollte aus den Ministerien in Den Haag niemand die weite Reise nach Java auf sich nehmen. Es sind solche Details, die feinen Pinselstriche, die dem Ganzen eine spezielle Prägung, seine emotionale Farbe verleihen. Obwohl in dem Dorf also nur ein Botschafter sprach, wühlte das Wort Entschuldigung, als es ins Indonesische übersetzt wurde, einige Angehörige der Opfer derart auf, dass sie schluchzend zusammenbrachen. Wie sehr müssen sie eine Anerkennung ihres Schmerzes all die Jahre über ersehnt haben? Ist es vorstellbar, dass europäische Regierungen von Gerichten gezwungen werden müssen, solche Momente seelischer Erleichterung möglich zu machen? Ich sehe die Witwen alt, klein und zierlich vor meinen inneren Augen, denn ich habe in ländlichen Gebieten ja was häufig solche feingliedrigen, zähen Bäuerinnen gesehen, die Arme so dünn, dass man sich fragt, wie es kommt, dass sie nicht zerbrechen. Ich habe also Bilder zu dieser Erzählung, Illustrationen, die es mir ermöglichen, in einer unendlichen Globalität von Unrecht, Gewalt und Schmerz einen Haltepunkt zu finden, einen Ort, um Mitgefühl anzusiedeln. Empathie braucht Nahrung, Anregung. Nur bleibt alle Nahrung wirkungslos, wenn es eine kognitive und emotionale Sperre gibt, eine generelle Unwilligkeit in den Opfern ein gemeinsames Menschsein zu erkennen. Eine Verwandtschaft also von jener entfernten Art, wie sie mir in einem malischen Lehmgehöft angeboten wurde, mit dem Foto zweier schwarzer Soldaten. Bei der Beschäftigung mit kolonialen Opfern scheint es mir entscheidend, das Gefühl für das uns allen Gemeinsame zu erweitern. Wenn ich nationalsozialistische und koloniale Verbrechen vergleiche, dann möchte ich es aus genau diesem Grunde tun, damit wir unsere Sinne und unser Urteilsvermögen schärfen und unsere Empathiefähigkeit erweitern. Der Weg hin zu einem planetarischen Gemeinwesen, das auf der Idee gegenseitiger Anerkennung als gleiche basiert, beginnt damit, jedes Leben als gleichermaßen prekär und schutzwürdig zu betrachten. Eine Utopie gewiss. Aber ich denke aus genau diesem Grunde, dass zivilgesellschaftliche Initiativen zur Rettung von Geflüchteten aus Seenot Erinnerungskultur sind, praktizierte Erinnerungskultur, indem sie das Leben derer schützen, die vernachlässigbar und ungewollt erscheinen, ziehen sie ohne Fanfare Lehren aus dem Holocaust. Holocaust-Vergleiche als Empathiefänger zu benutzen, ist eigentlich ein paradoxer Akt, denn es erweist sich ja immer wieder als unmöglich, in die Klasse dieser historischen Opfer aufzurücken. Andererseits ist die Holocaust-Erzählung global so dominant, dass Juden das Opfer schlechthin geworden sind. Der amerikanische Historiker David Stannard bezeichnete in den 90er Jahren bereits die Ausrottung der Indigenen, der First Nations des amerikanischen Kontinents als amerikanischen Holocaust. Doch schon viel früher und an Orten, an denen ich es nicht vermutet hätte, haben Menschen sich des Holocaust-Vergleichs bedient, um ihr Entsetzen auszudrücken. Während des Biafra-Kriegs Ende der 60er Jahre, als sich das gleichnamige Gebiet Nigerias unabhängig machen wollte und die Zivilbevölkerung bombardiert und ausgehungert wurde, gingen Fotos ausgemergelter Kinder mit aufgeblähten Hungerbäuchen um die Welt. Für manche in unserem Teil der Erde waren die entsetzlichen Bilder simpel eine Steigerung von Afrika. Junge nigerianische Dichter stellten hingegen Analogien zu Auschwitz her. Wann immer ich danach suche, wann eine bestimmte Debatte in diesem Kontext begonnen hat, finde ich Anzeichen dafür, dass sie bereits viel früher geführt wurde, als ich dachte. So wie über die Grenzen eines Universalismus, der nur für Weiße gemacht schien, bereits vor über einem halben Jahrhundert gesprochen wurde, hat es außereuropäische Beiträge zur Frage gegeben, was der Holocaust für die Nachwelt bedeutet. Konnte die holocaustbezogene Gedenkkultur als heutiges westliches Phänomen womöglich ihre dominante Stellung überhaupt nur erreichen, weil sie lange geflissentlich übersehen hat, wie sich andere auf sie bezogen oder an ihr abarbeiteten? Ist sie also, und ich denke diesen Gedanken nicht gern, ein Ausdruck westlicher Nonchalance? Erneut eine Frage, die mitzunehmen ist. Roma und Sinti repräsentieren das klassische, nicht vermisste Opfer. Obwohl ihre Vernichtung als vermeintliche Rasse sie in der Nazi-Ideologie, dem Judenmord, am nächsten rückte, ähneln sie in unserer Wahrnehmung eher kolonialafrikanischen Opfern, entfernt, fremd, ungeliebt, nicht sprechfähig. So kommen wir auf der Suche nach einer inklusiven Kultur der Erinnerung um einen heiklen Punkt nicht herum. Gelten aus deutscher Perspektive womöglich nur die jüdischen Opfer als ein gleichwertiges Gegenüber? Fällt es leichter, diesen gleichwertigen Gegenüberschuld einzugestehen? Leichter als gegenüber Menschen, die offen oder insgeheim weiterhin verachtet werden, wie Roma oder Schwarze? Auch diese Gedanken kommen in den Koffer der mitreisenden Fragen. Ich schreibe einiges über schwarz-jüdische Beziehungsgeschichte und ermahne mich dann selber, das nicht zu idealisieren. Es gab jene, die ein verwobenes Schicksal und einen gemeinsamen Feind herausstellten. Es gab andere, die den Holocaust benutzten, um auf das eigene Leid aufmerksam zu machen. Eine dritte Strömung stellte die Rolle von Juden, die am Handeln mit Versklavten beteiligt waren, so heraus, dass sie quasi zu Haupttätern avancierten. Ein antisemitisches Klischee, wie es die schwarzen Nationalisten der Nation of Islam pflegten. Alle drei Strömungen, die solidarische, die eifersüchtige und die antisemitische, kommen auch heutzutage vor, wenn es um Antirassismus, Juden und Israel geht. Ich stelle aber die historische Solidarität heraus, weil sie vielen nicht bekannt ist und weil ich es ermutigend finde, dass Menschen bereits vor einem halben Jahrhundert Einstellungen hatten, die wir heute gleichsam neu entwickeln. Nämlich, damit sich Erfahrungen aufeinander beziehen können, müssen sie nicht gleich sein. Das sind sie nie. Auch befinden sich historische Ereignisse nicht im Besitz einer Gruppe, einer Kultur oder eines Landes. Aus diesem Blickwinkel wäre dann der hegemoniale Rang, den die Schoah bekommen hat, nicht Ausdruck einer westlichen Dominanzkultur, sondern eine Art Ankerplatz für Erinnerungen aus anderen Kontexten und von Betroffenen mit weniger Stimme. Noch ist das die Utopie einer transkulturellen Begegnung von Gleichberechtigten auf der Bühne des Weltgedächtnisses. Und als letztes sage ich dann, dass diese Interpretation den etwa 200.000 Palästinensern und Palästinenserinnen, die in Deutschland leben, nicht offen steht. Aufgrund der Nähe und der konkurrierenden Erinnerungen. In der deutschen Erinnerungskultur gibt es für diese Biografien der palästinensischen Flüchtlinge in verschiedene Generationen keinen Ort, solange Deutschland für die israelische Staatsgründung ein Passepartout benutzt, in dem nur die Schoah Platz hat. Die Vertreibung der Palästinenser ist ein historischer Kollateralschaden außerhalb unserer Zuständigkeit, jenseits unseres Mitgefühls. Logisch ist das nicht. Gerade wenn der Holocaust als die alles überschattende Ursache der Staatsgründung betrachtet wird, wäre die Nakba, also die Vertreibung der Palästinenser, auch ein Teil unserer Geschichte, Teil einer gemeinsamen Geschichte. Jetzt mach was draus. Mach was draus. Ich dachte jetzt gerade, wirklich noch mal harter Stoff. Es ist einfach keine dieser Geschichten, es sind alles traurige Geschichten. Ach, nicht nur eigentlich. Also ich empfinde das Buch eigentlich nicht als ein trauriges Buch. Es enthält natürlich viele traurige Fakten. Da kommt man irgendwie nicht drum rum. Aber ich finde, es ist ein trauriges Buch. Nee, das Buch nicht. Aber ich muss sagen, das war jetzt einfach nur die spontane Reaktion auf die Aufzählung von historischen Katastrophen. Dann habe ich vielleicht falsche Stellen gelesen. Wenn ich jetzt zu viele traurige Stellen gelesen habe, dann muss ich das Konzept mal überarbeiten. Aber dein Widerspruch jedenfalls, der Hinweis darauf, dass das Buch als Buch nicht traurig ist, der leuchtet mir total ein, weil es ja eigentlich in erster Linie handelt von Erinnerungen. Und das ist ja eigentlich ein aktiver Akt. Und auch von Wünschen, von utopischen Gedanken auch und auch immer eigentlich von dem Wunsch, dass es so ein Reparieren geben kann. Also was keine Wiedergutmachung ist in diesem deutschen Sinne, aber ein Beitragen dazu, dass es eben, ja, dass es irgendwie besser wird. Es gibt jedenfalls unbedingt gelingende Ansätze, von denen man da liest und rührende Begegnungen. Und genau, also das Buch ist insgesamt nicht traurig, das stimmt, aber zugrunde liegen einfach die schlimmsten Erlebnisse, die Menschen sich so angetan haben. Vielleicht frage ich mal nach einem Stichwort, das jetzt gar nicht so ortsgebunden ist, aber du hast auch was vorgelesen über das Vergleichen. Auch eine Stelle, wo zitiert wird, in was für Umgebungen das Wort Holocaust wiederverwendet wurde. In dem Buch taucht, zitiert, amerikanischer Holocaust auf afrikanischer Holocaust. Auch dieser Ausdruck Mafa, der ja, die schwarzen Massentoten bezeichnet, vielleicht kann man das so sagen, oder eben auch eine Katastrophe. Ja, das ist ein Wort aus dem Swahili für die Sklaverei eigentlich, um wegzukommen, auch von diesem immer mit Handel verbundenen Ausdrücken, die in westlichen Sprachen meistens für Sklaverei oder Versklavung benutzt werden. Irgendwas mit Handel, etwas ist etwas, eine ökonomische Tätigkeit war. Und das Mafa, das heißt eigentlich Katastrophe. Es ist aber, glaube ich, eher Zufall, dass eben auch das Wort Shoah ja eigentlich Katastrophe heißt. Das ist, glaube ich, keine gewollte Verbindung, wohingegen es auch den Ausdruck schwarzer Holocaust gibt. Aber eigentlich ist das Wort Mafa wird von denen verwandt, die sagen, nein, schwarzer Holocaust wollen wir gerade nicht, weil warum sollen wir uns, wenn wir von der Sklaverei reden, auf etwas, ein Verbrechen beziehen, was sozusagen anderen später widerfahren ist. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist ja eigentlich nur wieder ein Verbleiben in den Kategorien anderer. Du hast dich jetzt mit so vielen Katastrophen beschäftigt. Würdest du sagen, dass Vergleichen unausweichlich ist? Ich denke mal, dass man ja sowieso vergleicht. Also Vergleichen geschieht ja eigentlich ständig und ist ja auch an sich überhaupt nichts Anstößiges. und zumal ich meine, die vergleichende Genozid-Forschung, die heißt schon so. Ich würde auch nicht sagen, dass es in Deutschland ein Vergleichsverbot gibt, was ja wiederum dann manche behaupten. Aber es gibt so eine Art, vielleicht eine Art Delegitimierung von Vergleichen in bestimmten Kontexten, wo sie in einer Art und Weise verstanden werden, wo es dann gleich sehr exklusiv wird. Also ich weiß nicht, ob es jetzt gut ist, mal das Beispiel von der Documenta zu nehmen, und zwar dieses Gernika. Ich meine, Gernika ist ja eigentlich in sehr vielen Kontexten, in vielen Antikriegs- und Protestkontexten benutztes Bild, sicherlich auch überbenutzt und so weiter, aber eben symbolisiert eigentlich in dieser globalen Übernutzung immer die Gewalt gegen eine ungeschützte Zivilbevölkerung und nicht in dem Sinne jetzt nationalsozialistische Verbrechen in diesem engsten Sinne und schon gar nicht an Juden, denn Gernika war eine baskische Stadt und war ja keine. Und in dem Augenblick aber, wo es dann mit Gaza in Verbindung gebracht wird, wobei ich jetzt diese Folge nicht gesehen habe, ich war nicht in Kassel, bekommt es dann etwas sehr Spezifisches, wo dann gesagt wird, Täter, Opferumkehr und so weiter. Also ich denke mal, wir vergleichen eigentlich andauernd, wir vergleichen auch andauernd verschiedene Verbrechen und es gibt so viel Literatur auch darüber, die eben auch nationalsozialistische Verbrechen an jüdischen Opfern oder an anderen in Verbindung setzt, zum Beispiel zu Argentinien. Es gibt einen sehr schönen, finde ich sehr schönen Roman von Christian Dürr, der arbeitet in der Gedenkstätte Mauthausen und der hat etwas geschrieben über eben jüdische Migranten Argentinien und deren Sohn wird dann von der argentinischen Militärdiktatur als Protest, weil er an Protesten teilgenommen hat, verhaftet und gefoltert und wie er damit umgeht und letztendlich erschießt er den den Folterer. Also er macht etwas ganz anderes sozusagen als seine Eltern. Das findet irgendwie niemand anstößig, aber in ganz bestimmten Kontexten, in der Regel, wenn es um Palästina geht, dann gilt es eben als anstößig und ich denke, da könnte man aber auch rauskommen. Also ich möchte gerne dazu beitragen, dass man irgendwo gepflegte, eine Kultur des gepflegten und konstruktiven Vergleichs entwickelt. gepflegter und konstruktiver Vergleich. Ich erzähle mal eine winzige Geschichte, die ich vorgestern erlebt habe. Da habe ich die Gelegenheit gehabt, Zufall oder nicht, mit unter anderem Norbert Frey, dem deutschen Historiker, über ein ähnliches Thema zu reden, über den sogenannten Historikerstreit 2.0. Ich habe da ebenfalls das Risiko, bin ich eingegangen, nach Nutz und Nachteil von Vergleichen, historischen Vergleichen zu fragen und seine schnelle Antwort war, das ist eine blöde Frage. Weil selbstverständlich könne man vergleichen. Und auch der Hinweis auf die etablierte vergleichende Genozidforschung, sodass ich, seitdem mir das widerfahren ist, diese Antwort, ich darüber nachdenke, ob das denn jetzt eigentlich legitim ist, das zu fragen. Denn ich glaube schon, denn zum einen begegnen einem immer wieder Anmerkungen, dass dieser oder jener Vergleich nicht statthaft sei, und zum anderen würde ich das von bestimmten Vergleichen natürlich auch sagen. Also aufgewachsen, sozialisiert im Westdeutschland der 80er, 90er Jahre gehen mir viele Vergleiche, die im weiteren Sinne mit dem Holocaust zu tun haben, auch zu weit. Also zum Beispiel jetzt im aktuellen Krieg in der Ukraine, aber auch, wenn das Feld zwischenmenschlichen zusammenlebens irgendwie als Material genommen wird oder so. und deswegen vielleicht noch noch einmal der Versuch, was wäre denn ein gepflegter Vergleich? Oder kann man so Grenzen angeben, ab wann das nicht mehr geht, ab wann das nicht mehr funktioniert? Also das Vergleichen im Kontext tatsächlich von Eine relativ billige Antwort wäre jetzt, dass natürlich ein Vergleich immer dann nicht geht, wenn sozusagen das Verbrechen der anderen Seite, sagen wir jetzt mal, Judenvernichtung in irgendeiner Weise relativiert wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, was ja durchaus stadthaft ist in Deutschland, ist ständig eigentlich koloniale Verbrechen zu relativieren. Von daher haben wir eigentlich von vornherein so eine Asymmetrie in dem, was als zulässig irgendwie verstanden wird. Letzteres Relativieren, indem man darauf hinweist, aber wir haben Brunnen gebaut oder solche Sachen. Ja, ich meine, die Palette reicht eigentlich von Äußerungen wie es gibt keinen Kolonialismus bis zu er hatte eben auch gute Seiten oder aber auch dahin, dass eigentlich Verbrechen einfach nicht wahrgenommen werden oder man darüber nicht spricht und von daher halt eigentlich dann ein Bild von Kolonialismus daraus destilliert, was sozusagen die schlimmste Gewalt einfach außen vor lässt. Aber ich denke, aber ansonsten möchte ich da jetzt eigentlich nicht irgendeine Formel erfinden für, also für die Zulässigkeit, sondern ich denke, dass man eigentlich, wenn man die Intention jetzt hat, irgendwo nicht durch einen Vergleich irgendwie ein anderes Leid irgendwie sozusagen fertig zu machen, abzuwürdigen, herunterzuziehen oder gar zu negieren, glaube ich, kann man eigentlich in einem Diskurs sehr vieles ausprobieren. Das tun wir ja auch bei anderen Fragen und ich denke nur, dass zum Teil ist natürlich auch eine gewisse Ängstlichkeit entstanden, weil es eben dann oft gleich sehr harsche Reaktionen gibt. Und ich denke aber, im Augenblick bin ich eigentlich, also ich habe mich noch vor ein paar Jahren habe ich mich auch mehr von manchen Reaktionen einschüchtern lassen und im Augenblick ist es eigentlich so, dass ich denke, man muss und auch das Ganze um Kassel herum bestätigt mich in diese Richtung, ich denke mal, man muss einfach unbeirrt versuchen, einen konstruktiven Diskurs zu diesen Fragen aufzubauen. Und sich nicht von allen möglichen Geboten der Einschränkung oder so etwas irgendwie beeinflussen lassen. Ich könnte mir vorstellen, weil ich in den letzten zwei, drei Jahren auch die auffälligsten Reaktionen auf die vermeintlich nachdenklichsten Sätze erlebt habe, ich könnte mir denken, dass manche Leute es schon anstößig finden, so unterschiedliche Verbrechen überhaupt nebeneinander zu betrachten in einem Buch. Ist das schon begegnet? Wobei das Nebeneinander Betrachten ist ja eigentlich, es bringt ja in der Form nicht so viel, weil ich ja eigentlich eher denke, es wird da interessant, wo man nach inneren Verbindungen sucht, aber jetzt nicht in so einem Sinne, dass man sagt, weil das würde ich wirklich Historikern überlassen, sind die Taten als sich, stehen sie in einer Art von Kontinuität, ja, nein oder so weiter, sondern indem man sagt, was sind eigentlich die innewohnenden Gemeinsamkeiten so von Dehumanisierung und was ist wiederum eigentlich, was macht unsere Reaktion, da schließe ich mich auch ein, was macht unsere Reaktion so unterschiedlich? Also was steuert unsere Empathie? Und über das kann man irgendwie reden, ohne Historiker oder Historikerin sein zu müssen und es fällt ja auch auf, dass sich bei diesen ganzen Debatten, also es fällt eigentlich auf, wer sich daran alles irgendwie nicht beteiligt. Und zum Beispiel, ich meine, wir haben 25 Prozent Bevölkerung mit Migrationshintergrund, beteiligen sich eigentlich an diesen Debatten irgendwie kaum, weil es natürlich sofort dann geht es in Richtung und Palästina und dies und das und es wird irgendwo die Kugeln fliegen. Das heißt aber, dass sich auch aus einer Ängstlichkeit heraus, sich in dem Diskurs irgendwie zu verletzen oder die eigenen beruflichen Perspektiven zu verletzen, sich viele Leute heraushalten und das finde ich, das geht irgendwie gar nicht. Ich meine, gerade im Land so der Schoah geht das irgendwie gar nicht, sondern das muss sich wirklich ändern und wenn das geht, würde ich dazu gerne was beitragen. Für meinen Leseeindruck hat der Umstand, dass das vollkommen gut geht, sehr gut geht, unterschiedliche historische Konstellationen und unterschiedliche Verbrechen zu betrachten, ganz viel damit zu tun, dass du Leuten begegnest und deren Erinnerungsarbeit oder deren, was die so machen, erzählst. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen noch was erzählen, wenn nicht vorlesen. Also was mir jetzt so spontan einfällt, ist der Besuch im Baltikum und aber auch der in Stukenbrock. Ich weiß gar nicht, wie man dieses westfälische Kaff ausspricht. Also da sind mir jedenfalls sehr in Erinnerung, ja, das was du da berichtest, einfach von Begegnungen. Das sind auch jetzt zwei Beispiele, die ich sozusagen neu, also letztes Jahr für das Buch recherchiert habe. Stukenbrock ist eigentlich das Beispiel eines sehr früh einsetzenden Kampfes um Erinnerungen. Da geht es um das große sowjetische Kriegsgefangenenlager, Stalag 327 heißt es, zwischen Bielefeld und Paderborn, wo etwa 65.000 sowjetische Kriegsgefangene umgekommen sind, sehr oft verhungert. Und daneben befindet sich eine Gemeinde, die also nur ungefähr von der Zahl her ein Drittel ist, also 65.000 Tote hier und da heute, glaube ich, 23.000 Einwohner. Und wo man sehr, sehr lange über Jahrzehnte dieses Verbrechen der Nähe, denn die waren Zwangsarbeiter überall in allen Betrieben, nicht sehen wollte. Man hat dann schließlich auch einen vertriebenen Dorf auf das Gelände des Lagers gestellt. Das war dann so der deutsche Schmerz, der von den Vertriebenen, der durch die Vertriebenen symbolisiert wurde. Und es ist ein beeindruckendes Beispiel dessen, dass wirklich in unendlich vielen kleinen Schritten Erinnerung erkämpft wurde. Und heutzutage ist es ja zum Glück so, aber auch erst seit zwei, drei Jahren, dass eben der Tod von so vielen sowjetischen Kriegsgefangenen auch als NS-Unrecht anerkannt wird. Das sind, glaube ich, drei Millionen. Und da bin ich auch sehr froh, dass dann niemand sagt, das relativiert irgendwie die sechs Millionen andere. Das zeigt es eigentlich auch. Man kann damit irgendwie umgehen. Es hat nur unendlich lange gedauert. Baltikum, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, ist es so eine Konstellation, dass ja dort, dass vor allen Dingen die Städten sind, wo der sogenannte Holocaust durch die Kugel stattfand, also wo vor der Wannsee-Konferenz schon, ist ja schon fast eine Million Juden aus Mitteleuropa umgebracht worden, einfach durch individuelles Erschießen. Und da sind sehr entscheidende Städten. Und trotzdem ist es so, dass eben von Letten, Lituan und Esten und immer Doppelpunkt innen jetzt, dass die Deportationen in der stalinistischen Zeit, in der sowjetischen Zeit eher eben mit dem nationalen Leid verbunden werden und die jüdischen Opfer nicht. Und ich meine, das ist EU. Das heißt also, wir haben auch in der EU-Situation, dass eben keineswegs überall so etwas wie Singularität diskutiert wird. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem wird daraus keine große Sache gemacht. Und ich habe mich natürlich gefragt, naja, wenn es so ist, dass selbst in einem Teil der EU der Holocaust nicht wirklich anerkannt wird oder sehr am Rande oder sehr gewunden, wie kann es dann sein, dass wir von anderen Gesellschaften mit nochmal ganz anderen historischen Kontexten und historischen Erfahrungen verlangen, dass sie irgendwie die Singularität des Holocaust anerkennen. Also das ist eine ganz schiefe Sache, allein wenn man auf die EU guckt. Ja. Jetzt hast du dieses große Wort Weltgedächtnis auch schon eben auf den Titel gepackt. Wie funktioniert dieses Weltgedächtnis? Wie werden da diese unterschiedlichen Sachen eingebaut? Also jetzt die Antwort ist nicht erlaubt, einfach nur zu sagen komplex. Nee, nee. Ich habe nicht den Untertitel gewählt, den glaube ich Nathan Schneider in seinem Buch Fluchtpunkte der Erinnerung wählt, nämlich Holocaust und Kolonialismus, weil ich es auch nicht darauf beschränken möchte. Es geht eben auch zum Beispiel um den Genozid in Kambodscha, den ich so als Genozid in einem Hinterhof der Weltgeschichte bezeichne, aus dem angeblich andere nichts lernen konnten. Und es geht eben diese Abwägung auch mit stalinistische Opfer und Judenvernichtung. Von daher geht es also über den Kolonialismus sozusagen, der, ich nenne es mal durch den europäischen Kolonialismus geht es hinaus. Aber was natürlich die Prägung des Weltgedächtnisses angeht, denke ich mal, dass die Nachhaltigkeit, wie man es so nennen will, natürlich durch den europäischen Kolonialismus am allergrößten ist. Also das ist natürlich ein ganzer Teil des Weltgedächtnisses ist natürlich geprägt davon, dass eben noch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ein großer Teil der Welt kolonial geprägt war. Und ich denke auch, also wenn jetzt heute, was die Ukraine angeht und Sanktionen und so erwartet wird, dass eben die ganze Welt irgendwie diesen Krieg so sehen müsste, wie wir ihn sehen oder wie ihn die Mehrheit hier sieht, dann glaube ich, steht da einiges dagegen. Da stehen sicherlich auch zum Teil ökonomische oder militärische Abhängigkeiten von Russland dagegen. Aber es steht eben auch dagegen, dass bisher Europa nicht viel Beitrag dafür geleistet hat, dass andere Länder jetzt mal solidarisch mit Europa sein könnten, weil sich die Frage einfach stellt, warum sollten sie das tun? Ja, das leuchtet mir total ein, verschärft aber die Frage nach dem Weltgedächtnis nochmal. Naja, ich kann dir auch nur jetzt mal eine Reihe von sozusagen Merkmalen des Weltgedächtnisses nennen, weil es ist natürlich eine zerklüftete Angelegenheit und es ist nichts, was man sich jetzt wie so eine Kugel oder so etwas vorstellen kann, eine blaue Kugel, sondern es ist natürlich in einer gewissen Weise, kann man sagen, auch eine Annahme, dass es so etwas gibt. Aber ich finde es eigentlich eine schöne Annahme, sich darauf zu beziehen und eben gerade nicht zu sagen, es gibt Holocaust, es gibt Kolonialismus, also es gibt eigentlich sozusagen zwei Verbrechen und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir die nebeneinander stellen, sondern zu sagen, der Holocaust ist sozusagen die Erinnerungskultur mit dem größten Prestige, aber das ist natürlich schon weitgehend ein Prestige in der westlichen oder in der europäischen, in der transatlantischen Welt. Was nicht heißt irgendwo, dass sozusagen, also ich denke nicht, dass es eine Frage von Hautfarbe oder Herkunft ist, wie man so zum Schoah steht. Aber das ist nochmal etwas anderes, als wenn wir von der Erinnerungskultur mit dem Prestige und auch diesem ganzen Drumherum sprechen. Das ist schon sehr stark auch eine von den USA geprägte Global Memory. Genau, was man einfach beschreiben kann. Also das ist einfach eine Phase gegeben hat, 70er, 80er Jahre, in der sich das herausgebildet hat. Naja, und auch natürlich heute. Ich meine, Clinton hat mal gesagt, das Washington Holocaust Memorial Museum sei das Gewissen Amerikas. Also ich meine jetzt aus der Perspektive eines, des nicht westlichen Weltgedächtnisses, was soll man davon halten? Ja, auch aus der Perspektive der schwarzen Amerikaner hat man sich gefragt. Natürlich. Ja, natürlich, das auch. Und ich habe es so in Erinnerung und habe es so verstanden, dass auch das Buch, das du vorhin erwähnt hast von Michael Rothberg in dieser Debatte auch einen Ursprung, eine Quelle hat. Jenes Buch, in dem er sich fragt, ob und wenn ja, wie man unterschiedliche Erinnerungen eigentlich multidirektional miteinander in Beziehung setzen. Ja, wobei ich dir sagen muss, ich finde, also Rothberg sagt ja, das ist eine Theorie, die multidirektionale Erinnerung. Und ehrlich gesagt, also ich glaube, dass es eine Praxis ist. Und in dem Buch versuche ich das eigentlich zu praktizieren, von verschiedenen Perspektiven her. Ich finde auch multiperspektivisch den besseren Begriff als multidirektional, weil das würde ja bedeuten, es geht in alle möglichen Richtungen. Es geht ja mehr so rum. Also ich denke, dass ich das praktiziere in dem Buch, aber ich halte es eigentlich nicht für eine Theorie. Aber das nur nebenbei, weil es irgendwie so eine große Aufregung um die Übersetzung ins Deutsche eines zwölf Jahre alten Buches gab. Und es gibt ein anderes Buch von ihm, The Implicated Subject. Wenn das erst übersetzt wird. Ja, aber das finde ich interessant, weil da sagt er auch, das implizierte Subjekt ist auch nicht eine wirkliche Theorie, aber vielleicht muss man das so machen, wenn man im akademischen Betrieb ist. Aber das implizierte Subjekt ist etwas, was ich zum Beispiel versuche, jetzt mal ein bisschen weiterzudenken. Also ich möchte ganz gerne für mich noch ein bisschen eine erweiterte Argumentation aufbauen zu diesem Thema Holocaust und Nakba. Vielleicht der Versuch in einem Satz zu sagen, was das ungefähr ist, dieses Buch, dieses Subjekt, dieses Implicated Subject, das kommt nicht raus aus Verstrickungen mit vielerlei Verbrechen oder schlechten Dingen oder so. Es gibt kein reines Subjekt, sondern ich bin verstrickt. Es ist etwas jenseits von Täter-Opfer. Es gibt eben nicht nur Täter-Opfer, sondern er macht es an seinem eigenen Wahlspiel. Rosberg als Nachkomme von aus Osteuropa eingewanderten Juden und er lebt in diesem Amerika, wo er eben natürlich als weiß gilt und entsprechende Privilegien hat. Und er kann persönlich sozusagen nichts dafür, dass es hier so die Sklaverei gegeben hat. Aber er genießt Privilegien und ist von daher irgendwo impliziert in diese Art von Konstellation. Und ich finde es ganz interessant, das vielleicht mal anzuwenden, auch auf die Frage, wie man in Deutschland mit der Nakba, also mit der Vertreibung der Palästinenser bei der israelischen Staatsgründung umgeht. Denn da könnte es sein, dass man da auch mit diesem Begriff des Impliziertseins irgendwie weiterkommt. Weil es da ja auch nicht um Täter-Opfer geht, sondern um eine Art von involviert Sein. Bei diesem explosiven Thema, dem du ein ganzes Kapitel widmest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da scheint eine These zu sein, dass die Nakba letztlich auch begreifbar ist als Teil der deutschen Geschichte. Jedenfalls, die Deutschen können sich da nicht gut rausnehmen. Ja, das habe ich eben vorgelesen. Da hast du aber in irgendwas geblättert. Ich will es einfach nur noch mal in Erinnerung rufen. Ja, es ist eigentlich so, dass ich dazu auch kein ganzes Kapitel habe, weil so weit bin ich eigentlich noch nicht. Sondern ich habe ein Kapitel jetzt gemacht, was ich irgendwie jüdische Dissidenz nenne. Und ich möchte daran aber auch gerne weiterdenken. Und ich muss auch sagen, dass natürlich jetzt die Auseinandersetzung der letzten Wochen mir auch, glaube ich, gezeigt haben, dass es wirklich wichtig ist, dazu irgendwo eine gute Argumentation zu entwickeln. Denn wir hatten ja in Berlin in diesem Fall, dass alle, nicht nur die palästinensischen Kundgebungen zum Jahrestag der Nakba verboten wurden, sondern dass dann sogar eine geplante Mahnwache dieser Organisation Jüdische Stimme für diesen Tod der palästinensischen Journalistin von Al Jazeera, dass es auch verboten wurde. Und ich weiß nicht, wir haben natürlich so eine komische Aufmerksamkeitsökonomie, wenn man sich anguckt, was alles jetzt mit die tausenden von Artikeln so zur Documenta, also zu dem einen oder zu den zwei quasi irgendwie auf der Documenta und was alles sonst wenig Aufmerksamkeit bekommt. Dann denke ich eigentlich auch, dass wir davon wegkommen müssen, dass jemand, der einfach auf diese Unterschiedlichkeit der Aufmerksamkeit, 35 Tote zum Beispiel an der spanischen EU-Außengrenze, wer spricht davon, dass man auf diese Unterschiede mal hinweisen kann, ohne dass dann gleich jemand das Schild Relativierung hochhält. Oder sagen wir so, jemand wird das Schild hochhalten, aber soll er oder sie es halten. Das wird dich nicht mehr stören? Nein, ich denke, man muss auch mal anfangen, dass man irgendwo darüber hinweg schaut vielleicht einfach und das macht, was man für richtig hält. Das Weltgedächtnis hängt damit auch zusammen, dass sich Erinnerung entwickelt. Also das, was du ganz am Anfang vorgelesen hast mit den Kolonialsoldaten, das kommt mir oder das porträtierst du auch ein bisschen so, wie ein Wissen, das in Deutschland zumindest erst ein paar Jahrzehnte nach einem anderen Wissen angekommen ist. Ist das Weltgewissen, das Weltgedächtnis was Dynamisches? Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hat es ja viele Bestandteile, die wir komischerweise gar nicht wahrnehmen, weil die Erinnerungskulturen, afrikanische Erinnerungskulturen, die sich eben auf die Kolonialsoldaten beziehen, das kennt man irgendwie hier kaum. Und ich bin dann ja auch in einen interessanten Konflikt hineingeraten, das war Kamerun, wo es um ein Denkmal von Leclerc, diesem französischen Kriegshelden, Anti-Nazi-Kriegsheld ging und die Forderung jetzt kamerunischer Oppositioneller war, das Denkmal muss entfernt werden, das steht vor der Hauptpost in Douala. Und stattdessen sollen Denkmale aufgestellt werden, die an die kamerunischen Helden erinnern, die entweder in der deutschen oder in der französischen Kolonialzeit hingerichtet wurden. Gibt es ja diesen Fall von Douala-Mangabel, wo man jetzt immer noch drauf wartet, dass Frau Baerbock die Hinrichtung annulliert, wie sagt man das, nicht annulliert? Inrehabilitiert? Inrehabilitiert, richtig, genau. Und das fand ich interessant, weil ich es dann im Buch vergleiche es auch ein bisschen mit dieser Frage Churchill. Also Churchill gab es ja dann vor zwei Jahren, diese Geschichte, da wurde sein Denkmal so eingekestelt und so geschützt, weil eben, und dann schrieben Leute Rassist irgendwie drauf und sicherlich war Churchill ein Rassist, aber ich denke, er hat trotzdem irgendwie eine sehr wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg in der Bekämpfung von Nazideutschland gespielt. Und von daher fände ich es falsch, ihn wirklich darauf zu reduzieren, dass er eben Rassist war und was alles in Indien und sonst wie war. Das fände ich falsch, das zu tun. Hingegen von der kamerunischen Seite aus habe ich das verstanden, dass man gesagt hat, solange irgendwie unser Befreiungskampf, unsere Emanzipation überhaupt nicht anerkannt wird, weil eben in Kamerun ein sehr frankreichfreundliches autoritäres Regime herrscht, solange dulden wir, wollen wir, natürlich müssen sie es dulden, aber solange dulden wir hier nicht, dass ein Franzose sozusagen auf einem Podest steht. Und es war sehr interessant, das heißt ja nicht irgendwo, dass man deshalb sagt, man sei irgendwie pro-Nazi oder so etwas, aber dass man eben sagt, es war eben doch die Verbindung von Anti-Nazi und Kolonialismus. Und solange wir nicht unsere eigene Geschiedspolitik sozusagen frei entwickeln können, auch in Form von Denkmälern, wollen wir diese pro-französische Erinnerungspolitik hier nicht vor unserer Nase stehen haben. Das fand ich sehr interessant, dass das eben was anderes ist als im Fall Churchill. Du schreibst über ganz viele Geschichten, die nicht deine eigenen sind in so einem herkömmlichen Verständnis, unter anderem über schwarz-jüdische Beziehungen, aber eben auch über viele, viele andere. Wie macht man das so respektvoll? Da gebe ich dir jetzt so eine Antwort, wie du die von Norbert frei bekommen hast. Blöde Frage. Ich höre auch auf zu moderieren. Nein, aber ich meine, es gab einen anderen Punkt vielleicht, dass, als ich schon mal zu einem früheren Zeitpunkt mir überlegt habe, irgendwo ein Buch in diese Richtung zu schreiben, hat mir jemand, deren Rat ich ernst nehme, gesagt, da bist du nicht die richtige Person für. Nach dem Motto, das soll dann Meron Mendel oder so jemand schreiben. Also jemand vorzugsweise mit einem jüdischen Hintergrund. Oder aber dann wiederum jemand, der irgendwo, was weiß ich, von der Biografie her irgendwie eine Pünktchenlinie sozusagen zur Kolonialität irgendwie hat. Ja, man kann ja diesen Standpunkt haben, aber ich würde ihn für mich eigentlich nicht so gelten lassen. Also ich denke, dass das Buch so ganz gut ist, wie es da ist. Und ich habe es eben aus meinen Erfahrungen und meinem Wissen herausgeschrieben. Ja. Ich habe eingangs schon versucht zu sagen, dass das Buch von deiner Welterfahrung ganz viel zehrt, aber auch fragt und nachdenkt und so. Das heißt, es ist nicht nur bereist, falls es dieses Wort gibt, sondern auch sehr belesen. Du hast jetzt unter anderem Michael Rothberg erwähnt. Gibt es sonst noch Bücher oder Autorinnen, Autoren, die wichtig gewesen sind hier? Der Titel erinnert vielleicht ein bisschen an Susan Sonntag. Ja, wobei, es kann natürlich sein, dass von dieser Syntax her das Leiden der anderen betrachten, dass so diese Art von Syntax irgendwo in meinem Unterbewusstsein war. Aber beim Titel habe ich eigentlich nicht daran gedacht, muss ich sagen. Man kann das trotzdem immer nicht ausschließen. Also jeder Gedanke ist schon mal gedacht worden und so. Das ist sicherlich auch bei Titeln. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur wissen, was dich angeregt hat. Da ist eigentlich jetzt gar nicht mal so viel. Was mich angeregt hat, war eigentlich eine Sache, die ich zunächst über Zoom gehört hatte. Es gab mal ein Symposium, jetzt auch wiederum im Washington Holocaust Museum, wo es um Rezeptionen von Bedeutung des Holocaust in Afrika ging und wo eben verschiedene, eher jüngere afrikanische Wissenschaftler irgendwie anwesend waren und ihre Forschung vorstellten. Das fand ich interessant. Da habe ich mir dann zum Teil nachher deren Bücher besorgt, weil das für mich auch so ein neues Feld aufgeschlossen hat, dass es eben auch die wissenschaftliche Beschäftigung damit gibt und nicht nur jetzt die Frage der Erinnerungskultur. Aber ansonsten, weißt du, René, ich habe schon irgendwo viele Bücher zu Hause, aber ehrlich gesagt kann ich auf diese Frage jetzt nicht so eine kluge Antwort geben, weil sie doch, weil das Buch doch sehr stark aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meinen eigenen Gedanken irgendwie schöpft. Und ich dann oft, das soll jetzt bitte nicht despektierlich klingen, aber ich anderes sozusagen dazugenommen habe, um das irgendwo sozusagen vollständiger zu machen, aber nicht, wo ich anderes genommen habe, weil ich sonst nichts hätte und dann das eigene dazuklebe. Ja, 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 I get it. Ich bin sicher, dass viele, viele Fragen zu stellen sind, die ich nicht stellen kann. Ich hätte noch zwei, drei weitere, aber ich mache jetzt mal eine Pause. Einenfalls eine Überbrückungsfrage, bevor hier zehn weitere noch kommen aus dem Publikum. Ich stelle mal meine, also meine, die mir noch auf der Zunge liegt. Es gibt einen Satz, der zieht sich ein bisschen durch durch das Buch. Es gibt mehrere Sachen, glaube ich, die sich durchziehen, aber einer ist ein einzelner Satz und der heißt Say their Names. Kannst du den ein bisschen erläutern, warum der gelegentlich vorkommt? Ja, es ist, ich, also ich habe versucht, eben auch konstruktive Ansätze herauszustellen und auch sozusagen konstruktiv agierende Menschen oder Unternehmungen und mich hat an verschiedenen Orten, auch zum Beispiel in dem Friedhof, der zu diesem Lager Stuckenbrock, dem Kriegsgefangenenlager in Nordrhein-Westfalen gehört, hat es mich beeindruckt, dass man eben, wie man da rangegangen ist, auch mit unheimlich viel Arbeit und Liebe die Namen zu rekonstruieren. Und da hat man zum Beispiel auch natürlich längst nicht alle, es gibt vermutlich 65.000 Tote, man hat vielleicht 15.000 Namen. Auch im Baltikum hat man das gemacht und es ist natürlich letztendlich auch das, wo immer bei den Opfern von Hanau werden ja auch immer die Namen genannt, so als Respekt. Es ist natürlich etwas, was nicht allein jetzt sozusagen Eigentum einer fortschrittlichen Erinnerungskultur ist, denn in Polen zum Beispiel werden, glaube ich, immer die Namen dieses, es ist staatlich vorgeschrieben, dass immer die Namen dieser Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk irgendwie aufgezählt werden und so. Aber ich finde eigentlich trotzdem, dass gerade wenn man darauf zurückgeht, dass das Wegnehmen des Namens eigentlich immer sowohl in der Sklaverei als auch im Konzentrationslager den Individuen sozusagen das Individuelle nehmen sollte, also das Menschsein irgendwo nehmen sollte, in dem sie keinen Namen mehr haben, finde ich das einfach eine sehr schöne Geste, das zu machen. Das hat auch was mit diesem Reparieren dann vielleicht zu tun. Ja, das leuchtet mir ein. Gibt es Fragen? Bitte. Gibt es ein Mikro, das dann? Ah, super. Zu der Frage, was Weltgedächtnis ist oder sein könnte. Mir ist da bei der Lektüre deines Buches der Begriff der Betrauerbarkeit aufgefallen. Also Grievability, das ist ja auch ein Begriff, den Judith Butler auch verwendet und der in vielen Theorien eine Rolle spielt. Aber ich fand in deinem Buch wird das sehr deutlich. Also auch das Namen nennen der Figuren, der Personen und auch diese Momente des Erinnerns und die Rituale des Erinnerns, die spielen ja auch eine wichtige Rolle. Du benennst das ja auch. Ist das Betrauerbarkeit, war das für dich ein wichtiges, wichtige Konstituante von Weltgedächtnis? Also ich habe es eigentlich vernachlässigbares Leben genannt, weil ich habe sozusagen, ich zitiere den Begriff so von Judith Butler als betrauerbar oder nicht nicht betrauerbar, aber ich hatte für mich selber vorher diesen Begriff des vernachlässigbaren Lebens entwickelt und gerade aus den Kriegen in den letzten zwei Jahrzehnten, ich spreche jetzt nicht vom Ukraine-Krieg, sondern Irak und Afghanistan, dass die Drohnentoten eben halt die vernachlässigbaren Toten waren, von denen dann die Angehörigen sagten, es ist, als hätten sie gar nicht existiert. Das ist nochmal etwas anders als die Frage der Nichtbetrauerbarkeit, sondern dass man tatsächlich Leben sozusagen eigentlich als überflüssig betrachtet. Ich denke mal, die Art und Weise des Umgangs mit den Toten, Geflüchteten im Mittelmeer hat ja auch etwas damit zu tun, dass man das eigentlich als überflüssige Leben ansieht. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt von Erinnerungskultur ist eigentlich, dass man sich dem ganz radikal widersetzen muss. Also glaube ich, das muss man auch irgendwie individuell tun, dass man sich wirklich nicht davon, dass die Beeinflussung, die einfach irgendwo da ist, dass man die sozusagen zurückweist. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder tun. Und sonst kann man, glaube ich, auch alles, was mit inklusive Erinnerung zusammenhängt, irgendwie vergessen. Weil wenn wir das nicht auf die Sicht von heutigen Opfern irgendwie anwenden, dann hat es ja irgendwie auch keinen Wert. Hört ihr mich? Ja, jetzt. Ja, vielen Dank. In der Diskussion ist ja schon einiges, wurde einiges darüber gesprochen, warum du dieses Buch geschrieben hast. Und von da lässt sich sicherlich auch eine Antwort auf meine Frage herleiten. Ich würde dich trotzdem gerne als Autorin fragen, für wen du dieses Buch geschrieben hast, ob du ein bisschen darüber auch sprechen könntest. Ja, es ist ja natürlich so, man hat als Autorin ja immer irgendwie den Wunsch, dass das Buch von Leuten, dass ein Buch von Leuten gelesen wird, die sozusagen jenseits einer bestimmten Blase derer sind, die vielleicht ohnehin alle möglichen Diskurse waren, mitbekommen. Und das ist eigentlich bei diesem Buch, ist dieser Wunsch ganz besonders ausgeprägt. Und ich glaube, es ist auch so geschrieben, dass man eben gerade diese ganzen Feuilleton-Debatten nicht kennen muss, um das Buch lesen zu können und verstehen zu können. Ich habe sozusagen bewusst irgendwie diese ganzen Debatten rausgelassen. Einmal habe ich es getan, weil man eigentlich nicht gut darüber schreiben kann, über so Debatten. Das macht einem irgendwie das Schreiben eigentlich kaputt. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr zugängliches Buch. Und von daher wünsche ich mir natürlich, dass es irgendwie mehr Leute lesen. Entschuldige, es ist eine sehr banale Antwort, aber ich habe es jetzt nicht für spezielle Leute geschrieben, die schon bisher in diesen Debatten irgendwie drin sind. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Dann frag noch mal. Kann das Mikro noch mal kurz? Dankeschön. Nun als Rückfrage, also die deutsche Allgemeinheit, die deutsche Erinnerungskultur, Europa, die Welt, also wenn du sprichst vom Weltgedächtnis, ja, so abgesehen von davon, ja, aber ja. Es ist ein Buch in deutscher Sprache, also von daher mache ich mir jetzt keine Illusionen, dass es irgendwo weltweit wahrgenommen würde. Ich fände natürlich schön, wenn es viele Übersetzungen geben würde, aber es ist natürlich ein Buch, ich denke auch vom, natürlich auch von der Person, der Autorin her, was sich irgendwo an Deutsche richtet, allerdings jetzt nicht nur an so alteingesessene Deutsche wie mich, sondern eben auch, also ich wünsche mir natürlich auch, dass es irgendwie von all denen gelesen würde, von denen ich eben sagte, dass ich bedauere, dass sie sich nicht an diesen Debatten beteiligen. Der Herr mit dem gemusterten Hemd wäre der, den ich als nächstes sehe. Vielen Dank. Frau Wiedemann, Sie wissen, dass ich Ihr Buch sehr schätze, deswegen lese ich auch immer wieder drin, ich bin Historiker und habe aber heute sozusagen zwei kritische Nachfragen. Das eine ist, und das sage ich gewissermaßen tatsächlich als Historiker, der in der Erinnerungskultur auch arbeitet, ob nicht sozusagen die Vorstellung vom Weltgedächtnis zwar irgendwie sympathisch ist und man kriegt irgendwie ein warmes Herz, weil es ist ein utopischer Gedanke, wenn man ihn aber runterbricht, könnte man ja auch sagen, das ist die höchste Form des kollektiven Gedächtnisses, das superkollektive Gedächtnis. Und da würde ich gerne an Reinhard Kuseleck erinnern, der sagt, kollektives Gedächtnis gibt es nicht, Unsinn sozusagen. Und wer will das sozusagen denn denken? Es gibt Individuen, die können sich erinnern und dann gibt es Menschen, die können Geschichtsbewusstsein entwickeln, weil sie es selber leibhaftig nicht erlebt haben. Und immer wenn wir von Erinnerung reden, auch in Ihrem Buch gewissermaßen, gibt es manchmal Momente, wo man weiß, diese Menschen erinnern sich tatsächlich leibhaftig an ein Geschehen. Die sind Zeugen gewesen. Aber ganz oft sind es eigentlich Verhandlungen von etwas Gewussten, Gelesenen, sich gerade angeeignet haben. Ihr Buch lesend sozusagen wird man schlauer, man wird sich nicht besser erinnern, sondern man wird sich besser vergegenwärtigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einer der Debatten ist, die mit diesem Buch konstruktiv geführt werden können. Und der zweite Punkt ist die Frage des Leides. Das spielt eine sehr starke Rolle. Und die Anerkennung von Leid, was nicht in der eigenen kleinen Welt, in der man lebt, so wichtig ist, ist total überzeugend. Gleichzeitig ist, und Leid ist erst mal Leid. Was mir da zu kurz kommt, ist die Frage nach dem, warum entsteht die Tat, die das Leid hervorruft. Also insofern, vielleicht ist der Vergleich erstens, glaube ich, überhaupt wissenschaftlich eine der schwierigsten Unternehmungen sowieso. Deswegen machen ihn auch wenige. Und wenn wir vergleichen, dann stellen wir oft doch nur nebeneinander und behaupten irgendwas, was aber gar kein wirklich nachvollziehbarer Vergleich ist. Wenn wir aber fragen würden, oder wenn wir die öffentliche Frage, Debatte irgendwie forcieren, welche Fragen brauchen wir, damit wir sehr verschieden entstandenes, historisch verschieden entstandenes Leid miteinander in Beziehung setzen können. Oder vielleicht merken, wir müssen es gar nicht in Beziehung setzen, aber es ist eine Form der Anerkennung, wenn wir uns auch mit dem Leid der anderen beschäftigen, ist vielleicht mehr gewonnen, als auf diesem Beharren des unbedingten Vergleiches. Da wäre ich sehr skeptisch, auch vor den Einblicken, die ich bislang sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit erfahren habe. Ja, Axel Dossmann ist Experte auf dem Feld. Und ich darf das sagen, ich darf Sie vorstellen. Also, es ist natürlich schon so, dass die Verwendung des Begriffs Erinnerung von mir ist ein bisschen opportunistisch. Das räume ich ein. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, so meine Antwort auf diese vorhergehende Frage, für wen ist das Buch geschrieben? Weil es geht natürlich sehr häufig um dieses Geschichtsbild, historisches Begreifen und so weiter. Und es geht nicht wirklich so um Erinnern. Aber auf der anderen Seite ist es ein Wort, was irgendwie verstanden wird. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile klar, so wie das Wort halt schon auch als Zauberwort verwandt wird in Deutschland, dass damit nicht das Erinnern im Sinne von, ich habe es schon mal erlebt und jetzt kommt es wieder, gemeint ist. Ich würde aber jetzt, was das Weltgedächtnis angeht, eigentlich nicht, ich habe auch den Ausdruck kollektives Gedächtnis, benutze ich glaube ich nicht, weil mir dabei immer auch ein bisschen unbehaglich wird, weil ich mir eigentlich ein kollektives Gedächtnis immer nur in einer gewissen Weise unter einer autoritären Geschichtspolitik vorstellen kann. Und das Weltgedächtnis ist natürlich in keinster Weise jetzt überhaupt vorstellbar als ein kollektives Gedächtnis, sondern es ist eigentlich nur, glaube ich, vorstellbar als tatsächlich, als sozusagen Gedächtnisse im Plural mit gleichen Rechten. Und das haben wir halt gegenwärtig nicht. Und ich bin da auch schon ein bisschen beeinflusst, vielleicht von diesem Denken um die Klimakrise herum, wo man jetzt zum ersten Mal eigentlich wirklich anfängt vielleicht zu begreifen, was das bedeutet, wenn man sagt, alle Menschen haben das gleiche Recht auf ein gedeihliches Leben auf dieser Erde, nicht nur überhaupt auf ein Leben, das Überleben, sondern auf ein gedeihliches Leben. Und ich glaube tatsächlich, dass eigentlich Kolonialismus letztendlich diese Verneinung so von Gleichheit ist. Natürlich ist ja auch noch vieles andere, vieles Schlimmere sozusagen, aber die Basis ist meines Erachtens diese Verneinung von Gleichheit. Und das hört sich jetzt so banal an, aber ich glaube, eigentlich können jetzt Menschen, die so geprägt sind wie, glaube ich, die meisten, wie ich und die meisten vielleicht hier im Saal, sich eigentlich nicht wirklich eine Welt vorstellen, in der es tatsächlich diese Gleichheit geben würde. Also wie der Rückblick jetzt auf die Zeit so der Kolonialverbrechen, wie hätte die Welt, was weiß ich, 1904 oder 1908 ausgesehen, als die großen deutschen Kolonialverbrechen geschahen, wenn sie denn damals eine Gleichheit gegeben hätte und aber auch heute. Und von daher ist natürlich alles Nachdenken über diesen Begriff Weltgedächtnis von meiner Seite auch so ein Herantasten daran, was das sein könnte, wenn wir wirklich einmal zu dieser Art von Gleichheit in der Vorstellung des Anderen und des Nächsten kommen. Also ich habe da auf der Seite zunächst mal zwei Hände gesehen. Mich fasziniert auf jeden Fall der Titel Ihres Buches und habe mich gefragt, Sie sprachen von der Zukunft der Erinnerung und wenn ich mir so daraus so denke, okay, reicht das Begreifen des Schmerzes der Anderen, eine utopische Zukunft der Erinnerung zu erlauben, in der Verbindungen erlaubt werden, anstatt Leid zu hierarchisieren. Und wenn Sie es erlauben, würde ich vielleicht ein Beispiel geben. Ich habe die erste Hälfte meines Lebens zum Beispiel in einem Land gelebt, nämlich Syrien, in der man Geschichte nicht nur diktiert bekommt hat, Geschichte nicht nur ideologisch manipuliert wird, sondern in der von uns im Alltag immer verlangt wurde, zu beweisen, dass wir diese Geschichte gut auswendig gelernt haben. Und dann lande ich in Deutschland in der 11. Klasse und lerne dann über nationalen Sozialismus und nie hat mein Geschichtslehrer sich für meinen Background interessiert, überhaupt nicht. Nur ausgerechnet da, wo es halt um Holocaust-Gedächtnis ging und nationalen Sozialismus, mit dem ich mich ohnehin über meine Familie in Syrien schon beschäftigt hatte und nie Probleme hatte, den Schmerz der Anderen nicht nur zu begreifen, sondern nachzufühlen, nachzuempfinden. Das war das einzige Mal, wo der Lehrer mich gefragt hat, na, wie denkst du so, wie war es, wie habt ihr denn eigentlich in Syrien über Holocaust geredet? Und das war für mich eine typische so Minenfellfrage, wo ich, egal was ich sage, immer einfach auf der schlechtesten Seite bin, weil ich wieder dann nur gesehen werde als jemand, der aus diesem Bildungssystem entstand. Ich kann nur ein Erzeugnis des totalitären Assad-Regimes sein, auch wenn ich hier in der Lage wäre, zu sagen, aber auch hier deutsche Geschichte habe ich dann auswendig lernen müssen, weil ich in dieser nicht existieren darf, nicht meine Biografie nicht existiert, in der ich unsichtbar gemacht werde. Dann ist es für mich ein eher nicht konstruktives Verhältnis zu Geschichtsschreibung, zu Geschichte, in der ich nur so schauspielern muss oder einfach auswendig lernen muss und nicht wirklich existieren kann. Deswegen ist die Frage für mich, welche Basis erkennen Sie dafür, dass wir den Schmerz der anderen begreifen, auch wenn zwischen mir und diesem anderen Distanzen von strukturellen Unterschieden zwischen uns da sind. Oder ist das eher eine Utopie, die Sie sich vorstellen von der Zukunft der Erinnerung? Vielleicht ganz kurz vor der Antwort ein Verfahrensvorschlag, dass wir so ungefähr eine Viertelstunde noch machen oder so und in dem nächsten Schwung zwei, dreier Fragen bündeln können. Ist das okay? Du bist der Moderatorin. Nein, das ist ein Verfahrensvorschlag. Nein, mach du, wie du möchtest. Okay, nur um es nicht ausrufern zu lassen. Aber bitte, shoot. Aber es tut doch jetzt so ganz gut. Ja, super. Also ich glaube, die Frage knüpft, oder der Beitrag knüpft vielleicht ein bisschen an das an, was ich am Anfang sagte über die Entstehung des Buches, wo, als Navid Kermani in Auschwitz war und ich seinen Bericht las und dann dachte, das kann ja aber nicht alles irgendwie sein. Weil ich denke, dass die Erinnerungskultur in einer Einwanderungsgesellschaft ist natürlich, das muss man gar nicht beschließen, sondern das ist sozusagen natürlich her Vorgang, irgendwie auch von den Erinnerungen oder den Geschichtsbildern. Ich muss immer das Zauberwort Erinnerung ein bisschen weglassen. Also von den Geschichtsbildern und von dem Geschichtsverständnis derer geprägt, die aus anderen Kontexten irgendwann, jetzt oder früher, hier hingekommen sind. Und ich denke, es gibt da nicht etwas, wo man am grünen Tisch irgendwie sich hinsetzen kann und sagen kann, so, das machen wir jetzt so und du hast so viel Recht und du darfst das noch einbringen, sondern ich denke mal, das ist eigentlich ein organischer Prozess, der natürlich aber nicht immer gut läuft. Und ich hatte mich schon ein bisschen in meinem vorhergehenden Buch mit dem langen Abschied von der weißen Dominanz damit beschäftigt, durch einen jungen bosnischen Freund, der auch so eine ähnliche Geschichte aus seiner Schulzeit erzählte, wo dann als das Thema Nationalsozialismus dran war, er gesagt hat, ja, darf ich was über den Genozid in Bosnien irgendwie machen? und angeboten hat, ich mache darüber dem Lehrer, ich mache darüber selber ein Referat. Und der Lehrer dann nur gesagt hat, wir haben dazu keine Zeit. Und er dann selber, also jetzt der Freund, selber sagte, ich glaube, im Nachhinein betrachtet, der Lehrer war unsicher. Das war nicht die Frage der Zeit, sondern der Lehrer war unsicher. Er wusste nicht, wie er das hinkriegt irgendwie, so mit Vergleich oder was, oder nebeneinander stellen und so. Und ich habe jetzt, was sozusagen Flüchtlinge angeht, habe ich einen Vergleich auch im Buch drin oder eine sprachliche Brücke, wo ich sage, das betrifft jetzt sozusagen die moralische Extreme, die irgendwie Flüchtlinge entweder auf der Flucht erleben oder die sie auch möglicherweise vorher erlebt haben und dann nehme ich aber das Beispiel jetzt, weil es am einfachsten vorstellbar ist, irgendwie das Boot und die nicht genügenden Rettungswesten und vergleiche das damit, dass Primo Levi geschrieben hat, man darf einem Sterbenden nicht das Brot, also der Hungernde darf dem Sterbenden nicht das Brot wegnehmen, wenn er ein Mensch bleiben will. Und ich glaube, so die Alteingesessenen in unserer Gesellschaft haben ja oft heute keine Erfahrungen mit moralischen Extremen dieser Art. Und ich denke aber, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Beitrag von Eingewanderten hier, dass sie eben Erfahrungen irgendwie mitbringen und auch Traumata mitbringen, die auch den länger hier Lebenden irgendwie zeigen können, dass es eben verschiedene Arten von Umgang irgendwie damit gibt. Und ob man das nur Vergleich nennt oder ob man das Zusammenwachsen nennt oder Dialog nennt, das ist eigentlich letztendlich wurscht. Aber ich glaube, wir müssen damit einen anderen Umgang entwickeln als den, den Sie aus der Klassenzimmersituation geschildert haben und auch den anderen, den ich eben von dem bosnischen Freund wiedererzählt habe. Ich sah dahin, dahin und hier. Das ist nicht ganz einfach zu sehen, wo die nächste nachfällt. Vielleicht bleibt das... Ja, wir können ja kurz mal in der Ecke bleiben und dann wechseln nachüber. Ist da jetzt... Nee, okay. Ja, meine Frage geht nochmal in Richtung Hierarchisierung. Also warum... Gibt es Erklärungen dafür, warum es so schwierig ist, dass wir uns verschiedenem Leid gleichberechtigt zuwenden sozusagen? Also woher kommt eigentlich dieser Furor manchmal der Hierarchisierung oder auch dann dieses Aufrechnen und so? Gibt es da irgendwas, auf das Sie gestoßen sind? Also Sie hatten das Stichwort schon genannt, Aufmerksamkeitsökonomie. Dann geht es sicherlich in manchen Fällen auch tatsächlich um Ressourcen für vielleicht Gedenkstätten oder was auch immer. Aber trotzdem finde ich, wäre es wichtig, sich vielleicht zu fragen, woher kommt diese Reaktion, dass ganz schnell hierarchisiert wird, weil vielleicht können wir dann auch dagegen, was dagegen setzen, wenn wir wissen, woher es kommt. Naja, ich denke mal, eine Ursache ist natürlich Rassismus, um es mir jetzt mal so platt zu sagen, wie ich das im Buch in der Regel nicht mache. Aber ich glaube, dass der Blick auf koloniale Opfer deshalb so empathielos ist, weil letztendlich sich, gerade wenn wir was deutschen Kolonialismus angeht, auf Afrika schauen, weil sich das Bild des afrikanischen Menschen aus hiesiger sozusagen Mainstream-Sicht nicht so furchtbar unterscheidet von jener Zeit, wo diese Verbrechen passiert sind. Womit ich jetzt nicht andeuten will, dass man gerne heute noch diese Verbrechen begehen würde, das meine ich nicht. Aber ich mache es im Buch an so einem Vergleich, welchen Respekt man so für Widerstand hat. Und dass sozusagen die Verehrung, fast Verehrung des Widerstands, des jüdischen Aufstands im Warschauer Ghetto auf der einen Seite und der fast nicht vorhandene Respekt für den Aufstand, Kolonialkrieg im heutigen Tansania, also im damaligen Deutsch-Ostafrika, der auch verzweifelt asymmetrisch war und wo es ungefähr nach Schätzungen 200.000 einheimische Opfer gegeben hat. Aber es gibt nicht etwas, dass man irgendwo denkt, ja, da gibt es so ein Freiheitsbewusstsein, aus dem heraus die Menschen gekämpft haben. Das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dass schwarze Menschen zumal der damaligen Zeit so etwas hatten. Da gibt es nichts irgendwie Ergreifendes. Da gibt es dann einfach nur, naja, gut, die haben sich irgendwie gewehrt und naja, schade, dass so viele gestorben sind. Also da gibt es keine Identifikation. Und ich denke, die Hierarchie hat natürlich schon damit zu tun, dass man, nachdem man so lange natürlich in Deutschland jahrzehntelang ja von der Judenvernichtung eigentlich nichts wissen wollte, dass es heute so ist, dass man sich am ehesten also mit jüdischen Opfern identifiziert und von daher einfach die einen höheren Rang haben, weil man sie respektiert und sozusagen auf Augenhöhe irgendwie wir sozusagen deren Leid begegnen oder deren, also den Verstorbenen, wohingegen der Respekt für die Nachfahren ja auch der damals Kolonisierten sich ja heute auch so ganz sehr in Grenzen hält, weil man letztendlich ihnen auch nicht irgendwelche Regungen und Dinge zutraut, die zum Beispiel in Literatur eingehen würden, die wir dann gerne lesen. Also ich denke mal, die Hierarchisierung hat letztendlich schon viel mit Rassismus und dem rassistischen Menschenbild zu tun. Leider. Jetzt schwanken wir vielleicht auf die Seite hier. Ja, vielen Dank. Ich kenne Ihr Buch noch nicht und mich hat aber an dem Titel das Wort Schmerz auch sehr angesprochen. Und ich habe das so verstanden, dass man Schmerz ist ja was Universelles, ein universelles Menschengefühl, dass das Leid von Menschen, das sie erlebt haben in den verschiedensten Unterdrückungen, Ausmerzungen, was auch immer, dass der Schmerz sozusagen, ich erlebe meinen Schmerz in dem Schmerz des Anderen. Und ich denke da jetzt gerade auch an Israel und an zum Beispiel Organisationen wie Combatants for Peace, wo israelische Juden und Palästinenser gemeinsam Menschen verloren haben durch jeweilige Anschläge und im gegenseitigen Anerkenntnis des Schmerzes zusammenfinden. Also dort sich verstehen und aus der Rache, aus dem Rache und dem Nichtverstehen und vielleicht auch aus der Hierarchisierung rauskommen. Daher die Frage, haben Sie in der Richtung auch eher so eine psychologische Orientierung auch gedacht? Also der Titel heißt ja Schmerz begreifen und heißt nicht Schmerz fühlen. Und das ist sehr bewusst so, denn ich denke, dass man nicht unbedingt den Schmerz von anderen tatsächlich nachempfinden kann, aber dass man ihn begreifen kann. Kann man nochmal an diesem Beispiel so der Kolonialkriege machen. Auch Leute, die es sich sehr schwer tun, irgendwo sich in vielleicht afrikanische Menschen hineinzuversetzen und zumal von vor 100 Jahren, können sich aber so ein bisschen mit diesem Krieg beschäftigen und dann vielleicht begreifen, zum Beispiel, indem man etwas mehr weiß über Kolonialherrschaft, warum dieser Schmerz auch heute noch eine Rolle spielt und warum sich daraus auch eine spezielle Erinnerungskultur entwickelt hat. Also ich denke mal, das als intellektuellen Vorgang zu sehen. Auch Empathie ist ja in einer gewissen Weise eine Art von Identifikation oder probeweise Identifikation mit dem anderen, ist auch eine intellektuelle Operation. Also von daher fühle ich mich auch manchmal ein bisschen missverstanden, wenn jetzt gesagt wird, naja, ich will so Mitgefühl für alle und alles. Das ist irgendwie Unsinn, weil das kann natürlich irgendwie keiner, sondern es geht darum, dass wir vielleicht uns selber überprüfen, warum haben wir Empathie hier, aber da keine. Und dann gerade, wenn es eben um diese genannten, hoch genannten Opfer-Hierarchien geht. Also ich habe mich schon auch mit diesem etwas versucht, mit der psychologischen Seite von Empathie zu befassen, dazu einiges gelesen. Aber eigentlich kommt es mir vor allen Dingen eigentlich auf diese Frage an, ist man bereit, ist man willens, zu dieser intellektuellen Operation sich probeweise zu identifizieren und warum ist man das nicht? Und dann hat es sehr oft wieder etwas mit dem Menschenbild zu tun, dass man eigentlich in dem anderen nicht wirklich irgendwo einen potenziell gleichen irgendwie sehen will oder sehen kann. Es gab auf der Seite noch eine Hand, bevor wir ins Zentrum kommen. Dankeschön. Ich bin mit einer Frage hergekommen, nachdem ich die Rezension Ihres Buches gelesen habe, das Buch leider noch nicht. Und die Frage knüpft an das an, was jetzt auch meine Vorgängerin gefragt hat. Ich möchte gerne die Frage nochmal oder wiederholen oder nochmal aufgreifen, wie man, wie man, Sie oder ich, aus europäischer, weißer Sicht auf die Erfahrung, ich spreche erst nochmal, die Erfahrung anderer zurückgreifen kann und versuchen kann, sie zu verstehen. Ich finde das sehr kompliziert aus eigener Erfahrung. Ich habe in den letzten Jahren viel mit Menschen aus anderen Kulturen zusammengearbeitet, die Extremerfahrung haben und hatte versucht, zu verstehen oder zu begreifen, was sie erfahren haben und wusste immer, dass mir das nicht gelingt. Aber, dass der Versuch, mich in Situationen hineinzuversetzen oder annähernd hineinzuversetzen, mir hilft, besser zu verstehen, auch meine eigene Erfahrung besser zu verstehen. Ich habe immer Anstöße bekommen, nochmal nachzudenken über meine eigenen Erfahrungen. Zum Beispiel habe ich in den letzten Wochen mitbekommen, dass meine, dass Teile meiner, meiner Familie im Ukraine-Krieg beteiligt waren, was ich bisher nicht wusste und habe Anregungen bekommen, meine eigene Erinnerung oder meine eigene Erinnerungsarbeit nochmal in Gang zu setzen. Also, ich bin noch nicht fertig, ein bisschen kompliziert, dieser Gedanke, ich bin noch nicht fertig damit, zu begreifen oder ob es möglich ist, sich mit den Erfahrungen anderer zu identifizieren, denke ich, geht nicht. Also, es gibt immer eine Differenz und die Differenz, denke ich, muss bleiben. Auch aus Respekt vor anderen. Also, ich meinte auch nur, ich meinte probeweise Identifikation. Ich meinte nicht, dass man irgendwie so tut, als ob man tatsächlich irgendwo in den Schuhen des anderen irgendwie stehen würde. War Ihre Frage oder hatten Sie eben erwähnt, dass Sie in der Familie das, was Sie neu erfahren haben, das bezog sich dann auf den deutschen, damaligen, den NS-Krieg in der Ukraine. Möchten Sie dazu noch etwas mehr sagen? Ich habe in Erinnerung, dass der schwarz maskierte Herr dran war. Schwarz. Ist das an? Ja. Ja, vielen Dank. Ja, ich finde das Buch ja ganz wunderbar. Und ich denke eben auch, dass das sehr gut verwendbar ist. Und deswegen finde ich diese Bezonung des Praktischen auch gut, dass es nicht um Theorie geht in erster Linie, sehr toll verwendbar ist in der politischen Bildung. Einen Anknüpfungspunkt gäbe es ja schon auch zum Thema Kolonialismus oder gibt es in Berlin mit Straßenunbenennung. Lucy Lamek aus Tansania statt des Massenmörders oder Wismanstraße. Und da lässt sich ja weiter arbeiten. Und meine Frage wäre, kann man das nicht systematisieren auf der Grundlage deines Buches? Weil ich das sonst, also ich glaube wirklich, dass das ein neues Kapitel aufschlägt, die Schlammschlachten überwinden hilft. Und ich fände es toll, wenn in diesem Sinne vielleicht die Böll-Stiftung so eine Reihe machen würde, die das dann konkretisiert und auch mit einer Begegnung an einer gesellschaftlichen Basis. Also das, denke ich, könnte auch möglich sein. Das Zweite finde ich auch sehr gut, eben einzubeziehen, und das hast du ja auch gemacht in dem Buch, die palästinensische Erfahrung und die jüdische Dissidenz. Ich fand den Hinweis auch aber wichtig, Combatants for Peace zum Beispiel. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, also Nakba, denke ich, ist auch total wichtig, wenn da ausgegangen wird von der deutschen Verantwortung eben auch für das Elend oder für die schlimme Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser. Das kann auch mal ein Bumerang werden. Da haben einige Leute, glaube ich, schon Erfahrungen mitgemacht in den letzten Jahrzehnten, dass ihnen dann doch gesagt wird, ihr wollt da was relativieren oder so. Also ich würde mehr von der Gegenwart ausgehen, dass es eben gar nicht möglich ist. Eben der Diskurs in Deutschland ist zum Teil von einem Diskurs, zum Teil der israelischen Rechten sehr bestimmt. Und das kann es ja nicht sein. Und dass es gar nicht möglich ist, sich dem Thema zu widmen, wenn man nicht an beide denkt und auch an die spezifisch palästinensischen Erfahrungen, wo ja eben auch vieles, wirklich Palästinenser und Palästinenser, wenig vorkommen oder wenn sie vorkommen, dass gleich skandalisiert wird. Also da wäre meine Idee mehr von der Gegenwart und zu sagen, liebe Deutsche, die ihr das Thema nicht anfassen wollt. Das hat jetzt nichts mit eurer Sensibilität gegenüber den Opfern der Naziverbrechen zu tun, sondern vielleicht doch mehr mit einer deutschen Angst, die mit einer aktiven Erinnerungsarbeit sich schlecht verträgt. Dankeschön. Also anknüpfend daran würde ich gerne eine Überlegung äußern. Und zwar es gibt ja so diese Konstellation jetzt, dass eben Juden und Jüdinnen in Deutschland, zum Teil sind es Israeli, aber zum Teil eben nicht, die Besatzungspolitik kritisieren, angegriffen werden, zum Teil als Antisemiten sogar bezeichnet werden. Es gibt so eine Gefahr, die ich jetzt eigentlich sehe, nämlich, dass man eigentlich, wenn man über Palästina spricht oder über Palästinenser in Deutschland, dass man eigentlich nur noch so über Bande spielt, nämlich, dass ich dann sozusagen irgendwo das Recht dieser jüdischen Menschen auf eine andere Meinung als meinetwegen des jüdischen Zentralrats verteidige und dass man gar nicht mehr dazu kommt, kommt sich auch für Meinungsfreiheit von Palästinenser und Palästinenserinnen hier irgendwie einzusetzen. Das ist mir aber erst vor kurzem überhaupt als Problem eigentlich aufgefallen, dass, was soll ich sagen, dass man irgendwo denkt, jetzt man hätte schon sozusagen seinen Beitrag geleistet, indem man sozusagen dafür plädiert, dass es eben diese jüdische Meinungsfreiheit gibt und übersieht aber dabei, dass man eigentlich wieder sozusagen die Hauptbetroffenen, in diesem Fall Palästinenser, eigentlich auch nicht zu Wort kommen lässt. Das ist aber auch etwas, für das ich noch keine Lösung habe. Ich wollte es nur gerne ansprechen. Vielleicht machen wir jetzt mal so eins, zwei, drei, vier. Ob ich das wieder zusammenkriege, gleich? Ich bin der Thomas Hörst, schwarzer Deutscher, gebürtiger Dortmunder, deutscher als ich, als ich geht gar nicht mehr. Die Frage, die mich bei Ihrem wichtigen Thema immer wieder, weil wir Schwierigkeiten haben als schwarze Deutsche und auch mit der jüdischen Komitee, mit den Atheisten, Sozialdemokraten, wie auch immer, Gemeinschaften zu schließen gegen Rechts, gegen Menschenfeindlichkeit, die heute up to date stattfindet. Die Frage ist für mich, inwieweit können wir die historischen Verfeindungen, die wir unter uns Menschen haben, hier in Deutschland, wie können wir die Überwindung gemeinsam gegen den aktuellen Feind, wo immer der jetzt auch stehen mag, hauptsächlich rechts, agieren zu können. Ich habe nicht ganz, ich finde diesen Begriff historische Verfeindung sehr interessant, aber ich habe nicht ganz verstanden, wen Sie damit jetzt meinen. Könnten Sie das nochmal sagen? Ja, also meine subjektive Meinung, ich spreche jetzt nicht für die schwarzen Deutschen als solches, aber mein Kontext bei Vorträgen ist immer solche. Wenn einer Deutscher ist, bin ich das. Dann gucken die mich an und sagen, ja ist ja gut, Thomas, du bist ein netter Neger und ist nicht so schlimm. Die Schwierigkeit ist ja, dass viele potenzielle Alliierten, egal aus welchem soziokulturellen Kontext sie kommen oder religiösen Kontext, ja ich bin evangelisch konfirmiert und was nicht alles, dass wir immer historisch und auch zeitgeschichtlich Feindschaften da spüren von Leuten, die potenziell vielleicht gegen Recht sind, die sagen, ja du bist ja vielleicht eine Ausnahme, Thomas, du kannst ja auch und blä, blä, blä. Aber es gibt viele in allen Bereichen, die potenziell eigentlich Rechts den Gegner haben möchten, die Menschenfeinde, ja also den Menschenfeind als Gegner haben müssten, aber eine Allianz zusammen gegen die vorzugehen, ist schwierig, weil wir in der weißen deutschen Kommune, ob die jüdisch, christlich oder sonst was waren, historisch und gegenwärtig Feindschaft erfahren, Rassismus erfahren. Ich verstehe das jetzt eher als einen Beitrag und nicht als eine Frage. Wie können wir das überwinden? Wie können wir diese historischen Verfeindungen, die unter uns stattgefunden haben, versuchen zu überwinden, zu thematisieren, damit wir den aktuellen Feind, Menschenfeinde hier in Deutschland, weiße Deutsche, die mir sagen, du Neger hast hier überhaupt nichts zu suchen, wenn du 10.000 besser hast. Wie können wir gegen die vorgehen? Wir haben zwölfjährige Kinder, schwarze deutsche Kinder, die kommen nach Hause und sagen, ich gehe nicht weiter zur Schule, ich werde ja sowieso umgelegt von weißen Deutschen. Also ich kann das jetzt eigentlich erst mal, glaube ich, nur so aufnehmen. Alles andere würde meine Kompetenz übersteigen. Durch den Hinweis, dass es ja tatsächlich so ist und auch, ich glaube, es zeigt sich ja auch an diesem Thema Antisemitismus immer wieder, dass es sehr viele Auseinandersetzungen zwischen Leuten und Gruppen gibt, von denen man eigentlich sagen würde, sozusagen es gibt eine wesentlich größere Bedrohung, die irgendwie alle und beide betrifft. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass mein bescheidener Beitrag irgendwo sich dafür einsetzt, das zu ändern. Aber ich glaube, so eine richtig befriedigende Antwort kann ich Ihnen jetzt, glaube ich, nicht geben. Tut mir leid. Der Herr in der zweiten Reihe. Vielen Dank. Helmut Asche, Hochschullehrer im Ruhestand aus der Afrika-Forschung. Ich habe Ihr Buch noch nicht gelesen, Frau Wiedemann, und ich bin auch weder von der Forschung her in der Kolonialforschung noch in der Holocaust-Forschung bewandert. Außer, dass ich mit dem Holocaust in Ruanda, wie Sie wissen, sehr aus der Nähe in Verbindung gekommen bin. Ich kann also anders als Herr Aguirre wirklich nur eine blöde Frage stellen, möglicherweise. Und die besteht darin, dass ich Sie bitten würde, versuchsweise das, was Sie in dem Buch wohl entwickeln, anzuwenden, auf einen ganz aktuellen Fall. Wir haben ja die Situation, dass uns ein guter Teil der afrikanischen Regierung und auch durchaus gestützt von ihren Bevölkerungen sozusagen jedenfalls in unserer Wahrnehmung die Solidarität verweigert für die Verurteilung des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine. Also jedenfalls, wenn man von den Ergebnissen der UNO-Abstimmung ausgeht und verschiedenen Faktoren sonst. wie weit halten Sie es für plausibel, dass unter anderem, das gibt sicherlich nicht nur einen Grund dafür, dass auch eine mangelnde oder eben eine hierarchisch abgestufte Aufarbeitung der Kolonialerfahrung durch uns eine Rolle dabei spielt, dass afrikanische Regierungen, Intellektuelle, auch Bevölkerungen sich sagen, also schön, dass ihr jetzt die Solidarität für euren innereuropäischen Konflikt einfordert, aber solange ihr sozusagen eure Erfahrungen uns gegenüber und eure Missentaten uns gegenüber noch nicht mal vollständig aufgearbeitet habt, schönen Dank, da sind wir nicht so besonders scharf drauf. Kann das sein, dass diese, Sie haben ja selbst Ihren Vortrag begonnen mit den Tirayeur Senegalais, mit dem schönen Foto, wo ja bekannt ist, dass bis heute noch nicht anständig aufgearbeitet ist, dass die Tirayeur Senegalais auch überhaupt nur zum geringeren Teil aus Senegalaisen, sondern aus ganz vielen afrikanischen Populationen kamen und das eben auch nicht richtig in Wert gesetzt worden ist, geschweige denn, dass die Deutschen kapiert hätten, wer dagegen sie gekämpft hat. Also ist das möglich, dass es da diese abgestufte Erinnerungs- und Aufarbeitungskultur eine Rolle spielt in der aktuellen politischen Bezugnahme? Ich denke, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, was nicht sozusagen verneinen soll, dass es irgendwo auch eine Reihe von schlechten Gründen gibt, sich jetzt dieser sogenannten Solidarität irgendwie zu verweigern. Aber ich glaube, ich habe es auch eben schon mal angesprochen und ich habe es auch am Schluss des Buches schreibe ich es auch, dass, dass solange sowohl die kolonialen Verbrechen als auch westliche Kriegsverbrechen jetzt der neueren Zeit, der letzten Jahrzehnte nicht anerkannt sind, nicht sozusagen von der Täterseite anerkannt werden, wird es immer Vorbehalte geben, egal ob man die als historisch begründete Vorbehalte betrachtet oder auch als Ressentiments, dagegen sich in irgendeiner Art von Solidarität mit Europa zu begeben. Dass sich wiederum einzelne Länder trotz dieser Erfahrung irgendwie anders entscheiden, das kann ja auch sein. Das ist natürlich ja so, das ist irgendwie nicht, das Weltgedächtnis marschiert auch nicht irgendwie in Reih und Glied. Auch in diesen Fragen nicht. Genau, ich habe da hinten in dem Bereich gab es eine Meldung, ja. Hallo, vielen Dank. Ich wollte noch mal was zu den kausalen Verbindungen zwischen europäischen beziehungsweise deutschen Kolonialismus und der Schoah-Fragen. Und hier wird ja oft M.E. César zitiert, aber Hannah Arendt hat ja auch schon im The Origins of Totalitarianism drüber geschrieben, dass gewisse Techniken und Ideologien, die im europäischen Kolonialismus angewendet wurden, dann auch wieder im europäischen Faschismus und auch in der Schoah zur Geltung kam. Ich glaube, Michel Foucault hat das als Boomerang-Effekt bezeichnet und da wollte ich Sie fragen, ob Sie glauben, dass diese Boomerang-Effekts, ob es die gab und ob es wichtig ist, darüber zu sprechen, wenn wir den Schmerz von anderen begreifen wollen. Ich danke. Also Foucault wird das nicht gewesen sein mit dem Boomerang. Nee, das war César, war das M.E. César. Also ich setze mich im Buch ein bisschen damit auseinander und um es kurz zu sagen, ich glaube, das sind ja, das sind eigentlich alles Ansätze, die aus den 50er-Jahren kommen, als die sowohl M.E. César als auch andere eigentlich noch sehr wenig wissen konnten über wirklich das Ausmaß, aber auch Besonderheiten zu der Schoah. Ich glaube, dass man eigentlich mit heutigem Wissen, würde ich sagen, dass diese Boomerang-Theorie ein bisschen grobschlechtig ist. Und auch die Vorstellung, dass es eben Verbrechen gegen Weiße waren, Weiße haben das Weißen angetan und darum regt man sich jetzt so auf. Das ist auch ein bisschen schief, denn von Seiten der Nazitäter wurden ja Juden zumal in Osteuropa gar nicht als weiß in dem Sinne angesehen. Also diese ganze Diskussion eigentlich, inwieweit Juden weiß sind oder nicht, das hat auch viel damit zu tun, dass es dann Folgen wiederum so des Holocaust selber irgendwie sind. Also von daher denke ich, sind da Fragen aufgeworfen worden, auf die Antworten gegeben wurden, die aus heutiger Sicht nicht mehr ausreichen und wo ich auch denke, wo es eigentlich nicht viel bringt, sich immer so aus einer Solidarität irgendwo auf die zu beziehen. sind, das finde ich irgendwie ein bisschen intellektuell ärmlich eigentlich, aber die aufgeworfenen Fragen, nämlich nach den Ursachen der kolonialen Gewalt und in dem Ausmaß, die sind eigentlich oft weiterhin nicht wirklich beantwortet. Denn, also, wenn wir, was ja sehr häufig geschieht, dass man sagt, naja, das Spezifische oder womöglichst Singuläre am Judenmord ist, dass man es eben nicht, dass man ihn nicht auf rationale Motive allein zurückführen kann, dann denke ich, gilt das für den ganzen Teil der kolonialen Gewalt gleichermaßen. Vor allen Dingen irgendwie für die, die ich ja hier im Buch beschreibe, die parallel zu den Nürnberger Prozessen, also in einer späteren Zeit passiert ist, wo eigentlich schon klar war, dass sich die Welt dekolonisieren wird oder Indien war schon Unabhängigkeit geworden und trotzdem ging man mit einer unbegreiflichen Brutalität, zum Beispiel in Kenia gegen die Befreiungskämpfer und auch Kämpferinnen irgendwie vor, mit unbegreiflicher sexueller Gewalt zum Beispiel. Also, das ist so die Antwort. Bitte. Ich weiß nicht, ob ich fragen darf, aber ich tue es jetzt mal, Charlotte, weil ich fand das eine sehr schöne Runde und mich führt das nochmal zu eurem Anfang des Gesprächs zurück, weil du hast jetzt sehr schön erklärt, dass es ja nicht um das Mitfühlen aller Leiden dieser Welt gehen kann, weil das kann kein Mensch aushalten, aber wo sind die Grenzen des Begreifens? Also, du beschreibst, glaube ich, selber irgendwo auch in dem Buch dich selber so ein bisschen als privilegiert darin, zu sagen, dass du an Orte dieser Welt gelangt bist, wo du jetzt auch Anknüpfungspunkte, du hast diese Stelle vorgelesen vorhin, dieses Bild der Frauen in Indonesien, was dir ermöglicht, da so Bezugspunkte immer wieder zu schaffen. Wo siehst du auch, rein ketzerisch gefragt, wo siehst du auch Grenzen dieser Möglichkeit zum Weltgedächtnis, also den Schmerz anderer zu begreifen? Und wo würdest du sagen, müssen die Brücken größer sein und wo vielleicht kleiner? Ich weiß es nicht. Naja, ich glaube, dass eigentlich das größte Problem mittlerweile auch tatsächlich ist, dass eben halt eine gezielt nationalistische Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur in Anführungszeichen irgendwie entwickelt wird. Und ich weiß, nicht, also einige haben vielleicht dieses letzte Interview mit Botschafter Melnick irgendwie gesehen, wo er sich wirklich dezidiert weigert, irgendwie anzuerkennen, dass überhaupt Stefan Bandera ein Täter war und dann einfach sagt, das war eben Krieg, das war Krieg irgendwie so, das war eben Krieg und dann hat man mal eben irgendwie Pogrome und so gemacht. Also ich glaube, dass es eigentlich im Augenblick sehr stark darauf ankommen, dass man sich auch überhaupt wieder auf etwas bezieht, was sozusagen schon historische Fakten sind und das versucht mal zu trennen von dem, was man dann Narrativ nennt und als beliebig irgendwie in die Beliebigkeit von diesem oder jenem Narrativautor oder Autorin irgendwie stellt. Und eigentlich setzt ja sozusagen mein Ansatz, den Schmerz der anderen zu begreifen setzt eigentlich vielleicht voraus, dass es eine etwas ruhigere Situation gibt. Aber wir sind tatsächlich jetzt, und das empfinde ich schon auch stark als etwas, was in den letzten Wochen passiert und sich verstärkt, dass man tatsächlich auch in so einen Krieg der Erinnerungen irgendwo hineinkommt. Es ist jetzt keine wirkliche Antwort auf deine Frage, aber ich gehe sozusagen noch mal ein bisschen über deine Antwort, über deine Frage eigentlich hinaus. Aber sehr plausibel. Vielleicht meinerseits noch eine ganz letzte Frage. Gibt es etwas, wovon du das Gefühl hast, dass nach der harten Arbeit von Recherche, Lesen und Schreiben und so, gibt es da etwas, was dir so richtig neu war, was du erfahren hast, als größer, kleiner? Ja, neu war für mich eigentlich vieles, was, das steht in diesem Kapitel, wie heißt es denn, Holocaust und Prestige, irgendwie schwarze Perspektiven. Das ist auch ein Kapitel, was ich eigentlich, nachdem ich jetzt den Untertitel des Buches geändert hatte, eben in diesen etwas breiter aufgestellten, ganz neu konzipiert habe, weil ich gedacht habe, jetzt musst du schon, du kannst nicht so einen Untertitel machen und dann so viele partikulare Sachen und verschiedene Länder und haben, du musst schon mal dich mit dem auseinandersetzen, was tatsächlich dieses, was ist denn dieses Global Memory Ding in Bezug auf Holocaust. Aber diese Frage des Prestiges eigentlich, die ist mir dabei irgendwie neu aufgekommen. Ich kann dir jetzt gar nicht mal sagen, genau wie sie aufgekommen ist, aber dass es tatsächlich auch so ein Begehren gibt, von diesem Prestige etwas abzubekommen, was natürlich auf der einen Seite schrecklich ist, wenn man denkt, das Prestige gibt es ja nur, weil es irgendwo diese furchtbare Shoah gegeben hat, aber trotzdem hat sich eben ja vieles in der Erinnerungskultur oder in dem, was man darum gebaut hat, hat sich natürlich so verselbstständigt, dass es Prestige hat und das geht ja sogar so weit, dass eben man auch in China Holocaust Studies irgendwie ausbaut und ich denke, das hat was damit zu tun, dass man eben, wenn man ein Global Player ist, muss man auch Holocaust Studies irgendwie haben und dass es quasi eine Entkoppelung auch gibt von der Frage der Menschenrechte. Also man kann glaube ich heute nicht mehr sagen, ein Land, wo es mehr Holocaust Memory Kultur gibt, beachtet mehr die Menschenrechte. Das ist gar nicht feststellbar. Also auch wenn wir nicht alle Fragen geklärt haben, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch bis hierhin. Danke dir, René. Danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Ihnen danke für die Aufmerksamkeit und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es die Möglichkeit noch zum Signiert kriegen, des einen oder anderen Buches und jedenfalls einen schönen Abend nachher. Vielen Dank.